machen von hinten warst du aus dem wärmeanzer schon ja den rekord drauf wie ich das hasse nico kennst du das guck mal oder bei dem kabel erstaunlicherweise in sechs jahren die ich das oder fünf jahren die ich das jetzt benutze noch nie vorgekommen dass die sich so ein kreuzeln ja auch nicht das ist ein er doch auch kabel los ist der chat läuft bei mir nebenbei ja ich hab auch noch mal an wie du hast an scheiß hacker verpiss dich ey der hat an ey der hat an 5 da bin ich auf ihr durch die türen und mein ton noch mal umstellen hoch Was tut du denn da? Wieso schmeißt du das nicht ins Feuer? Weißt du, der eine trägt hier einen Wärmeanzug, der andere trägt ganz normale Casual-Sachen und der andere rennt hier mit einem Herzegittel rum. Das ist ein Bademantel. Das ist kein Bademantel. Oder? Doch. Das wird zumindest als Bademantel ausgeschrieben. Sieht aber komisch aus. Also Essen ist da. Mach mal Tor auf, ne? Wollen wir nicht mal eben Nacht überspringen? Nacht überspringen. Wenn Bambi und so reinkommt und meine Kaninchenfalle wieder funktioniert. Ja, pass auf. Und morgen früh ist das ganze Ding hier voll mit... Wir können nicht überspringen. Wir sind über den Platz hinaus, wo wir überspringen können. Toll. Egal, ich hab mein Katana. Ich kann dir alles zermetzeln. Ja, ich bin mich schon. Geil. Lass mich doch raus. Du bist mich schon. Du bist ein Afro-Amerikaner. Bambi! Ich mach Bambi tot. Ich brauch das Fell. Ich klau mir, der Baum hat's. Wie sich das anhört, hinten. Jetzt haben wir beide das Fell gekriegt. Ne, ich hab keins gekriegt. Warte mal, kommt mal beide jeweils einmal her. Habe ich schon ein paar, aber danke trotzdem. Achso. Kassel? Ja. Was ist er denn? Nimm. Wasser. Waschbärfell. Habe ich jetzt ein? Ja, brauchst du auch nur eins für den. Ich brauch noch, glaub ich, zwei Rehfelle. Ja, und diesen Windschwein-Leder. Brauch ich noch drei. Ah, es wird hell. Was steht denn da oben? Seht ihr das bei euch? Wo denn? Guck mal, bei mir auf dem Bildschirm einmal. Guck mal hier. Da steht nichts. Bei mir steht da irgendwas oder wird angezeigt? Wird irgendwas angezeigt oder so? Auf dem Fall sehe ich ja nichts. Jetzt ist es weg. Warte mal, was brauche ich denn für? Kann man da gucken, was man für so einen Steinbeutel braucht? Ja. Äh, kleiner Steinbeutel brauchst du einmal Hasenfell und einmal Saal. Und für den großen Steinbeutel brauchst du dreimal Saal, einmal Stoff und Windschwein-Leder. Hier ist ein Bambi bei mir. Ja, warte, mach den Tod, ich brauch das. Ja, ich renne ihm schon hinterher. Renne ich weg, du Penner. Das ist irgendwo hier langgelaufen. Stimmt, das werde ich jetzt auch mal machen, einmal. Ah, Kaninchen. Ah, Kaninchen. Wir brauchen einmal 57 Baumstämme. Warum? Hast du den Floß gebaut? Das ist ein Floß. Bei irgendeinem von euch höre ich mich doppelt. Wahrscheinlich bei mir. Oder? Nee, das war bei Nico. Wo ist denn dieses Hoppelhäschen? Nee. Baum fällt. Baum fällt. Baum fällt. Baum fällt. Oh, betäufelnde Stille. Hat ihr alles so konzentriert bei der Arbeit oder was macht ihr da? Oh. An ihnchen. Schön. Oh. Was heißt Oh? Ich hab den letzten Schildkrötenpanzer. Nice. So, und hier mal an anderen beiden Baumständer hin. Ach, verdammt. Von meinem Glück sind die bestimmt wieder... Oh, nee. Alle hier. Und hier. Ja. mit wir sind jetzt hier mit seiner bekannten ich bin gerade mit ihrem Bruder muss sie aufhören wo gab es hier noch mal Wildschweine bin auch schon am suchen Schneewelt Grenze zur Schneewelt Marco warum möchte ich eigentlich nicht im Chat was will ich muss jetzt ein Ohr freilassen damit ich Nico ein bisschen verstehe ich höre dich gar nicht in der Party ja weil ich dich auch stumm geschalten habe weil ich mich sonst bei dir doppelt höre abo hoch aber jetzt weiß ich gar nicht ob man die im Stream noch hört das kann ich dir auch nicht sagen ansonsten ändere ich das dann muss ich halt ein bisschen leiser sprechen hoffe ich aber ich weiß doch nicht warum du durchsattet hast bei mir ja weil ich laut rede und mich in deinem Mikrofon höre so kann man nochmal die Pfeile wechseln Pfeile wechseln ja ich hab Feuerfeile oh verdammte scheiße Leute könnte einer mal zu mir kommen wäre derjenige so nett zu mir ich baue gerade ein Floß watsch erwischt wo bist du denn gerade watsch erwischt watsch erwischt Aua wer lasst du da gut kalt ne 5 Leute na ich komm ich bin auch schon auf dem Weg kann man was dauer nicht kriegen ach ich bin schon tot komplett ne aber so dass man mich wieder beleben kann guck dir diesen Bug hier an alle Bäume wo bist du schon hingerannt ja ich suche Wind ein Lehrer Marco mal gucken ob es diesmal rechtzeitig klappt was denn mit da ankommen ja bei Nico habe ich verkackt ich weiß da hast du ja nichts für ähm da sind 5 Leute ne nur so mal gesagt ja und ich hab ein Schwert klopfst du jetzt auf Holz damit du überlebst ne meine E-Zigarette will grad irgendwie nicht so wie ich will ernsthaft dankeschön jetzt sind meine ganzen Pfeiler an den Typen raus wo sind die ja kommt her ich bin der Hackfleischhass und nutzer Hacker hey Bumpy Leo das nicht jetzt so hab hier das ist Oh, fickt euch doch! Von hinten und von vorne, ehrlich! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Die kommen von hinten und von... Einer ist noch! Einer ist noch! Schaffst du, oder? Nein! Wo? Einer ist noch! Das hast du gerade schon gesagt! Ja, rennt aber gerade weg! Ich krieg die Krise mit der E-Zigarette Erde! Das gehört auch so mit! Da unten ist er! Na, jetzt bist du ne Muschi! Na, jetzt haust du ab! Naja, du bist so blieb, ne? Richtig noch! Ja, rennt ja richtig weit weg! Ich geh mal zurück, hier war noch Koffer, die wollte ich mal öffnen! Ne, ich bin schon wieder richtig weit durchgerannt! Also! Die rennt zurück! Die rennt zurück! Wie rennst du dir? Ey, der ist so bei dir noch! Denn eins schaffst du ja, ne? Ja, wenn ich... ...Austau weiter... ...und trink einen Soda! Der haut ja noch ab, die Pizzle, Vianna! Na, lass den aufhauen! Ernsthaft jetzt? Sie hat mich mit einem... ...mit einem Schlag hat die mich gekillt! Ja, wenn du auf dem Boden lagst und wir dich wieder geholt haben... Ich hab mir die Zieh genommen! Deswegen musst du nicht so auf den Tisch hauen! Ja, doch, der auf den Tisch, ich hau auf die E-Zigarette! Warte! Das Handy hat vibriert! Äh, Nico! Ähm... Nico, kannst du die holen? Äh, ich bin gar nicht bei euch! Ihr habt gesagt, ich lauf zurück! Ich war auch nicht mehr da! Warte! Ansonsten ist ja nicht so weit weg! Oder ein unzugehenlicher Ort! Wo sind denn jetzt die ganzen Koffer hin, die hier gerade lagen? W-E-C-H Oh! By the way, ich bin schon über den Augen! Ja, ich bin noch jetzt gleich da! Ohohohoho! Ohohohoho! Halbes Gehirn ist auch schon! Bei mir ist jetzt richtig Action! Die kommen hier direkt! Ganze, ganze Party-Truppe! Ganzhaft, jetzt hängt mein... Hallo, hallo, hallo! Jungs! Bleibt mal bitte vor mir! Ich muss hier mal kurz durchzählen! Oh, jetzt haben die mich genockt! Aber ich glaube, mich kannst du sterben lassen! Das waren... Keine Ahnung, acht, neunzehn Stück! Geil! Ich mach direkt Restart-Aschling! Lohnt sie nicht! Hast du immer noch eigentlich auf Englisch? Ja! Kann ich auch direkt der Flugzeug looten! Oh, geht's auch wieder einer? Komm mal! Oh! Zwei! Boah! Alter, was ist denn mit dir? Ich hoffe, die vom Nico kommen jetzt alle zu mir! Ist gut möglich! Also wenn es... ein paar mehr sind, dann... Ja! Wie gesagt, da kam... gerade ein ganzer Party-Bus zu mir! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ach ja! Ich höre hier andauernd immer irgendwas laufen! Oder ich bilde mir das nur ein! Ja! Ich habe das nicht alle zu tun! Und... ich habe das nicht alle zu tun! Und... ich bin... hat jemand ein Hasenzell über für mich? Müsste ich haben was ich? Ich bin ein Oh Wildschweine, wo seid ihr? Nein, geht jetzt nicht. Was? Max ruft an. Wer ist das denn? Aufgewachsen bin. Geh doch mal dran, vielleicht ist irgendwas. No. Ich habe eventuell eine Idee, wie wir in die Schlucht kommen. Mit deinen Seilen? Ach, ernsthaft jetzt? Ich will nur eure Windschweine, nicht euch. Gibt es für die Schweine nicht eine Falle? Nein. Aber ich weiß eventuell auch, wo wir die Seile platzieren müssen, um da runter zu kommen. Hast du jetzt gegoogelt? Nein, ich habe mir erst gerade nochmal in Ruhe von außen angeguckt. Weil wir haben doch die eine Höhle, wo du doch schonmal da mit reinkommst. Wo du nach draußen kommst da unten, weißt du? Wo ich meine? Und genau an diesem Steg, ein Stück weit da unten, da könnte man ein Seil runterlassen. Ist nochmal ein Weg. Ich weiß jetzt nur nicht, ob dann ein Seil von diesem zweiten Weg aus bis nach ganz unten reicht. Das müsste man mal prüfen. Also ich wäre gerade voll happy, wenn ich die Windschweine hätte, damit ich mir meinen Wärmeanzug machen könnte. Jetzt nur die Frage, welche... Doch, die war direkt an dem Weg da, ne? Ja. Die Höhle. An der Schlucht? Meine ich ja. Wollen wir dann da zu dritt wieder rein? Oder wollt ihr gerade? Ich bau gerade erstmal das Floß fertig. Warte, lass mich das Windschwein hier jagen. Weiß ich, was fehlt mir denn da noch? Ein paar Baumstämme und ein paar Stöcker. Ah, verdammt. Ach, ne, warte mal, aber das funktioniert so gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Weil wir kriegen da unten ja keine Baumstämme hin. Auch runterschmeißen mit dem Wagen. Warte mal. Da habe ich schon mal mit Seilen gebaut. Gehen bis da. Das heißt, von da... ...bis da geht... ...diese Größe. Und hier hin. Ja, sollte aber passen mit den Seilen. Bis nach ganz unten. Die Frage ist, wie viele Seile brauchen wir insgesamt? Zwei Seile brauchen wir da nur. Problem ist eher, wir brauchen ja eine Plattform, wo wir die, wo wir die befestigen können, weißt du? Das ist eher das Problem. Die Frage ist, ob wir auf diesem Vorsprung da, an der Höhle, ähm, Seile runtergeschmissen kriegen. Seile oder Baumstämme? Äh, Baumstämme, nicht Seile. Ausprobieren, geh doch mal hin mit dem Baum. Und wirf mal runter. Ja, ich sehe aber nicht, ob der da ankommt. Zwei... Ich brauche jetzt nur noch... Zwei... ...oder? Warte mal, aber... Haben wir denn so einen Craft-Money? Gibt's nicht irgendwie noch... So ein... Nee, so ein Baumplan-Transport-Ding gibt's glaube ich nicht, ne? Nö. Ein Kran eventuell, aber ich weiß nicht... Da brauchst du auch erstmal fünf, sechs Seile für. Ein Kran könnte funktionieren. Oder eine Seilbahn. Ja, aber damit kannst du ja keinen Baumstamm transportieren. Das Problem ist, jetzt ist es auch schon wieder dunkel. Mhm. Überpflegen können wir aber noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das ist mit... ...m Kran... ...wie weit der runter geht. Ich tipp mal, das ist seilabhängig. Ich denk mal, du kannst da so viele Seile theoretisch dranballern, wie du willst. ... 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 plattform war komplett fertig gebaut bin ich einfach durch ja und das war mein problem letztens da bin ich nämlich auch durchgezwitscht ja dann werde ich jetzt wohl mal in die höhle gehen und hoffen dass ich an meine sachen komme ich hoffe ich komme auch an meine sachen dran wer weiß wo du da liegst was wir gleich mal ausprobieren könnten mich nämlich interessiert ob ihr im haus wenn ihr die nacht überspringen wollt und ich in dem andern haus überspringen kann das hört sich voll komisch an wenn der mutant ja so rum rennt der macht mein haus kaputt der macht mein haus kaputt und sagt ihnen dass er aufhört aufgehört ein ding 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 das sind wir hin einer ist hier und einer ist hier unten alter dieses große floß ist einfach größer als das hausboot ja ich würde sagen mein rucksack ist dann lost weil der so wie es aussieht weiter unten liegt als die dings der weg ist dann das war irgendwie ganz runter in die schlucht solange wie ich online bin bleibt er da liegen jetzt überlegt ich ob das einmal rumpackt und ich am leben bleibt du musst einfach eine knochenrüstung überlebt so was brauche ich noch was ich hatte glaube ich als ich runter gesprungen drei oder vier knochenrüstung und habe das überlebt den sprung ich habe kein leben verloren die rüstung war weg ja dann würde ich sagen muss ich mir jetzt mutanten suchen bei mir ist einer zum beispiel er macht gerade mein haus kaputt das ist direkt an den schnee bier und für die windschweine sind hr rohr und man hat das haus überlebt nicht lange die nein Ich kann mir doch auch aus den Echsen Rüstung machen. Die Haut kann ich doch auch als Rüstung tragen. Ihr gebt dir nur eine Tarn. Und was, wenn ich mir aus Knochen einfach die Rüstung baue? Hab ich die ganze Zeit gesagt, Knochen Rüstung bauen. Ja, dann muss ich jetzt erstmal zum Haus. Dann muss ich mir da die ganzen Knochen rausnehmen und dann da mal runterspringen. So, dann bin ich wieder. Wie viel brauche ich? Zwei oder drei? Äh, mach mal noch Stile, wie geht das am besten? Kann sich auch nur um Stunden an, wenn bis ich da am Haus bin. Oh, wie viel brauchst du denn? Oh, wie viel brauchst du denn? Du brauchst jeweils sechs Knochen und dreimal Stoff. Wie lange dauert das, bis der Botan tot ist, wenn man Feuerfallen drauf schmeißt? Ich finde den nicht mehr, scheiße, wo ist der? Oh, wieso muss der so dunkel sein? Ist das so ein normaler Mutant oder so ein Tentakel-Mutant? Tentakel. Äh, die müssen aufpassen, die können springen. Achso, ne, der war da nicht, der Schweine-Mutant. Ne, ne, nicht der Schweine-Mutant. Der Schweine-Mutant war der, der gerammt ist. Was machst du da? Man hört dich nicht mehr an der Party. Ja, ja, ich will. Ach, der ist tot. Und ich kann jetzt erstmal ein bisschen laufen, um wieder Bolle zu finden, ey. Döp, 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 Jonny, döp, Jonny, Jonny, döp, döp. Marco, kannst du mir dann gleich eben Stoff geben für Knochenrüstung? Mhm. Weil mein ganzer Stoff liegt ja unten. Hört sich komisch an. Warum ist dein Name jetzt auf einmal weg? Versteckst du dich schon wieder? Weil ich getarnt bin. Ja, ich muss mich grad bücken hier. Wegen dem Baum. So. Dann kannst du einmal zu mir kommen und direkt einmal die beiden Baumstämme hier mitnehmen. Ja, kann ich machen. Und, und dann mit unten zum Ploß. Ich freue mich. Und ich glaub schon mal einmal zum Ploß. Ich bin dann, glaub ich, eh schneller. Ich war noch sieben Baumstämme. Ne. Zwei. Fünf Stück. So lange hat der Muttern jetzt auch nicht gebraucht, also hab ich auch nicht gebraucht, den Ploß geht wieder hell. Ich werde dieser Übergang dunkel hell. Und du wirst hier auf. Und du wirst. Und du hast es ja nicht gebraucht. Nora. Und du wirst dich nicht gebraucht, nur ich bin. da will die einfach unendlich ausdauer haben die scheiß Fächer Wölschwein brauche ich nur noch eins eins Wildschwein braucht irgendwer anders noch Wildschweine wer denn immer noch Nico ich laufe mir die ganze Zeit ein Blöden wie viele brauchst du denn ja ich hab noch gar keinen ich mache noch auf die Vierjagd kann ich jetzt immer nur einen Stoff geben ach du scheiße jetzt ist da wieder so mutant Leute ist halt hier auch das Gebiet der Mutanten oder was hier ist ein bisschen spinnen Mutant wo bist du ja ne ich mein Nico äh hier spinnen vor dem Lager ja danke was ist denn wenn ich lol warum sagt man mir das denn jetzt wenn man sieben mal Stoff kombiniert hat man ein Seil ganz ehrlich Seile sind ja eigentlich nicht das Problem na jetzt braucht Nico nur noch drei äh Nico kannst du dir einmal zwei Baumstämmen schnappen und mit zum Floß kommen ja hast du eventuell noch drei Knochen oder hat jemand noch drei Knochen wie viele ja hab ich ich hab komm einmal mit zum Floß mit dem Baumstämmen dann gebe ich dir das da ja aus dem Lager ne naja wie viele was brauchte man noch um äh Seil zu machen Sechs Stoff oder sieben ok weil dann hab ich gleich drei Rüstungen und spring dann mal mit drei Rüstungen in Verona hoffentlich hält das schmeiß ich mir vorher noch mal Medizin rein dass ich auch volles Leben hab und hoffentlich hab ich dann Glück hat der Rose hier rum oder was was ist mit Alessio zum Glück ist sie nicht gar nicht da sind zu Elsa gefahren warte mal das ist einer ja Knochen kann man immer nur eingeben soll ich dann eben helfen hier fertig bauen dann ach nee fehlt nur nicht zwei Baumstämme und äh drei Stücke haben wir Stücke auch noch im Lager weiß ich nicht müssten eigentlich ja ich sammle jetzt hier eben drei Stück ja dann hole ich zwei Baumstämme aus dem Lager komm her Rabbit die Windschweine die sind echt schlecht zu sehen hier vor allem können die sich wehren naja das ist jetzt nicht so das Problem brennen die einfach ab dann sind die direkt tot die letzte Wasserschale ist jetzt auch fertig ich hab auch noch eine Stück Krötenschale hier ja da wo das Floß ist bei uns da sind auch ganz viele so ich heile mich mal eben durch trinke was es was und dann springe ich da mal in die Schlucht rein und hoffe dass drei Knochen Rüstung halten ich hab keine Windschweine mehr hier kann mir mal einer sagen wo noch welche sind außer hier ich hab keine Windschweine mehr hier nicht so ach so man braucht für ein großes fluss zwei leute wirklich bräuchte noch was zu essen am besten egal auf jeden fall haben los ja cool wenn mir einer vielleicht von den windschweinen hilft weil irgendwie finde ich keine mehr so volles leben und dreimal rüstung ich bin gespannt jetzt muss ich erstmal zurücklaufen ich stelle jetzt erst einmal meinen hunger mit den ganzen bären ja ich habe auch die ganze zeit ich hasse dass wir die first und bist du denn auch dahinten ich glaube wie so eine blöde um windschweine zu kriegen irgendwie sind hier keine mehr ich brauche nur noch drei stück für nico ich komme dahin da kannst du dir auch haut von mutanten nehmen er müsste auch noch hier irgendwo liegen naja dauert nur ich habe keine ausdauer mehr meint es ist egal wo ich runter springen oder so ich lieber an einer bestimmten stelle da wo ich sag mal mehr bist du versuch einfach da wo du dann in der nähe von deinem zeug bist ja wer weiß was da unten wie er lauert ne das sind auf jeden fall babys und diese schweinemutanten diese rennen denn ich stelle mich doch locker ich direkt erstmal wegrennen und gucken da ich da irgendwie wegkomme zwei freunde hier bei mir drei jetzt mal wieder die cola geben moment oh das war die heizung fuck was wo sind denn diese fucking windschweine hin kann einer mal bitte mal auf der map gucken cool da ist cola was wollte die denn er war kalt wenn der papa jetzt ins stream sehen würde ne dann würde er sagen ui schicker pulle ja ich habe ein bisschen angst mach kamehameha ja meine angst ist eher dass die rüstung das nicht packt und ich dafür dann die knochen so verschwendet habe ach machen wir ganz viele menschen kaputt dann haben wir wieder was ist denn bei dir das ist so wie gesagt bei mir ich bin gerade berghoch geklärt hat auf einmal stand ein meter vor meinem kopf ein krokodil wunderschönen wunderschönen gewitter ein weiterenthalter gewitter noch so bei youtube gucken gewitter auch macht aus das kann ich einfach ohne probleme in die Schneewelt rein Adu Hat einer zufällig Medizin? Ja Kann ich eine haben? Ja Oh, hier unten ist ein abgestürzter Heli Ist das jetzt unten, oder was? Ich bin fast unten und ich habe noch volles Leben und dreimal Rüstung Hier, hinter dir Ich suche gerade schon den Ausgang Jo, danke Ach da, glaube ich Ey, ich liege ja richtig beschissen Ich weiß gar nicht, ob ich an meinen Rucksack drankomme Zwei Mutanten mindestens Da hinten muss ich hin Dann dürfte ich da hochkommen Da sind noch blaue Mutanten Alter Vater Da unten ist richtig Action Das wird ja richtig witzig Und ich habe absolut keine Energie Aber als ich da unten war, konnte ich da einfach an den vorbeilaufen Ja, ich werde es jetzt gleich auch damit versuchen Was anderes bleibt mir nicht übel Ich meine, ich habe zum Glück noch ein bisschen Rüstung und so, weißt du Ich habe jetzt noch schnell einen Soda getrunken, damit ich rennen kann Wie so ein Hast du, äh, zwei Stöcker? Ne, ich habe einen Aber wenn du zwei hast, dann kannst du dir, äh, einen Speer machen Boah, ich muss das einfach versuchen Alter, auf einmal, kann er rennen Ja Oh Außer Kaninchenfelle, oder was? Ja, eins Ja, dann komm her Oder, warte mal, oder habe ich zwei Refe Ne, habe ich auch noch eins Ja, ich bin jetzt gerade hier, warte Ach du Scheiße Hab ich mich erschrocken Fuck my life Fuck my life Oder hast du das? Auf einmal, ich denke Ich konnte mich an denen ganz entspannt vorbeischleichen Auf einmal werde ich von unten übelst hart weggedrückt Oh Verpisst euch Hey, ich komme ernsthaft an meine Tasche nicht dran Du weißt Ich auf dem Stein liegt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich da hochkomme Oh fuck, oh fuck, oh fuck Wir sind jetzt, äh, äh, sechs Manikens Ja, warte Nein, geh Geh weg Ich möchte nicht mit dir spielen Du willst mich ficken Du willst mich ficken Boah, er schreckt mich doch nicht so Hallo Haben wir hier ein Lagerfeuer? Ja, komm hinterher Stimmt, hier ist ja das Haus Können die hier nicht hoch, können die hier nicht hoch Dann können wir die Knochen wieder einfarben Mhm Kannst du mir einmal ein Hasenfell geben? Mhm Hast du Rehfell? Ja Eins Ich muss da irgendwie hoch Warte Ah Brauchst du? Ah, ich brauche nur zwei Dann kann ich mir wenigstens eins bauen Warte Hier Danke Ich sehe meinen Rucksack, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme Richtig traurig Ich werde das richtig traurig Also Ja, und wo soll ich die Stämme hernehmen? Ups Ich meine, ich stehe hier zumindest gerade gut Oh nein Oh nein Ach, Andora ist wieder da, hallo Wer ist da? Dein Kollege, glaube ich Dieser Andora Genau Oh, Bruder, muss los Entweder nennst du den Michael oder nennst den Mikey Ach, Bruder, muss los Warum wird das Feuer zerstört? Oder der Wolf Oder, oder, oder Oh, ich brenne Warum brennst du denn? Neben dem Haus ist auch ein Teich, ne? Oh, was hast du blöd? Nein, nein, nein Verpiss dich einfach Du Missgeburt Ui, der Wolf Was kommt denn noch für einen Namen? Sagt er Oh Oh, Bruder, fast tot Spring hier nicht hoch Alter, mach mich nicht fertig Oh, eventuell komm ich An meine Tasche Jetzt gleich hörte Ja, 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 ja Ne, du hörst eher Nein, nein, nein Weil hier ein fucking Riesenstein liegt Und ich soll nicht vorbeikommen Du Wildschweine Alter, meine Tasche ist sowas von RIP Ich guck mich alle so an Im Ernst, das ist für kleine Steine? Ich brauche einen Beutel für große Steine Ich hab doch gesagt Oder entweder drei Rehfell Und du kannst hier für einen große Steine bauen Wo bist du denn jetzt wieder? Such Bambi Och, jetzt wächst dunkel Da Entweder such ich Bambi Oder ich hab Glück Und sie Wildschwein Ach ne, ich hab hier einen Stamm gefunden Wow Das sind aber ganz schön viele Boah, das ist die Ah, verdammte Kacke Jetzt kann ich mir keinen Weg suchen Jetzt muss ich hier die ganze nach oben Auf dem Stein sitzen hören Verdammte Scheiße Also, scheiße Wenn Bock hast, kannst du herkommen Okay Ich muss Bis zur nächsten Lichtfaserwagen Bevor ich hier weiter arbeiten kann Ich mach mal Lagerfeuer Oh Alter, was ist denn mit dir falsch? Aua Jetzt sehe ich gar nichts mehr Aua, ja Jetzt ist vorbei Komm, brenn Ein Gemützel Später gibt's Gulasch Ja, natürlich Jetzt gibt's erstmal Knochen for free Ja Und Federn Jetzt gibt's erstmal 20 Minuten Pause Weil ich nichts machen kann Warum? Weil ich mir einen Weg über die Steine zu meiner Tasche suchen muss Ich das aber im Dunkeln nicht machen kann Und mir nur noch einen Schlag fehlt, bis ich wieder tot bin Eda Eda Oder du verhungerst einfach Oder ich verhunger halt einfach in der Nacht Auch Ne Option Oh was, mein Lagerfeuer ist kaputt Na okay, verhungern werde ich nicht Ich konnte nochmal was zu essen Organisieren Okay Ich mach mir Knochenrüstung Ungeiß Ron und Ich trab mich Ich trab mich Ich trab mich Tschüss Ich trab mich Ich trab mich Ich trab mich Like ich höre die bambi suchen kann ich eigentlich beides tragen ja kannst du ich habe auch einmal tarn rüstung und zimmer knochen aber ich kann jetzt nicht meinen wärmeanzug anziehen und die knochen rüstung doch oder nicht nein weil bei wärmeanzug ist das ding und voll aber wird und die ersten Aua, nicht gut, aber neue Pflanze entdeckt. Hier ist glaube ich ein Lager, Koffer, Kleidung. Snack und Stoff. Krokodil. Tod. Krokodil. Medikamente. Im Koffer drin. Warum waren wir die Medikamente drin? Batterien und Stoffe. Ach, hier ist wieder Farbe und ein Speer drin. Da unten liegt auch noch Koffer. Hm, hier ist auch noch einer. Medikamente wieder. Ist das hier theoretisch eigentlich nicht die Stelle, wo ich ganz am Anfang mal gesagt habe, wo ich gerne mal raus hätte, hier oben auf dem Wasserfall? Mhm, ich guck auf. Äh, das war an der Schlucht. Ich komm hier nicht hoch. Äh, ich bin hier hoch. Oh, guck mal, Schokodil im Wasser. Macht euch mal... Ich brauch mal ein Aufräumkommando. Geht's hell? Geht's hell? Nee, noch nicht. Okay. Ich hab' bewölkt. Ah, okay. Also ich hab' sternenfreien Himmel. Äh, wolkenfreien Himmel. Wolkenfreien Himmel. Wolkenfreien Himmel. Wolkenfreien Himmel meinte ich. Ich will meine Tasche wieder haben. Schmack Zögel. Warum kann ich nicht einfach irgendwo hier unten auf dem Boden aufklatschen? Nein, ich lieg' da irgendwo auf nem verfickten Stein drauf. Fuck ne Wichse. Oh, guck mal, da unten sind welche. Wo ist der Zahn hin? Weiß ich nicht. Ich bin nämlich mit der Zockmitte. Hast du Hunger? Geht so. Ich hab' mal Fisch draufgelegt. Und ein Rabbit. Und ein Rabbit. Jetzt. Du hast Hunger. Find da etwas zum Essen. Jo, bei mir auch. Jo, ein bisschen wenig Energie. Vor allem hier steht, ich soll ein bisschen Pause machen. Ich mach' die ganze Zeit Pause. Krieg' trotzdem nicht mehr Energie. Äh, die meinen das damit, dass du dich auf ner Bank hinsetzen sollst. So. Ich hab' grad keine Materialien für ne Bank. Ich hab' kein Geld für ne Bank. Schatz, brennt schon wieder. Ich sollte mal Twitch wieder anmachen. Ich bin ein heißer Typ. Kann man jemand von oben ein bisschen Medikamente um was zu essen runterschmeißen? Kann man selber nicht. Medikamente sind noch im Lager. Doch, ich hab' Medikamente drei. Ja du, ich aber nicht. Geh dann. Oh. Jetzt ist mir auch noch durstig. Jetzt ist mir durstig. Ja. Ich hab' ganz viel Hunger auf Durst. Kannst du mir mal das Trinken geben, bitte? Ach, Alkohol. Auch okay. Ich dachte, du wolltest keins. Was? Ich wollt' kein Bier. Alkohol ist für mich kein Bier. Aha. Komm, wir können die Nacht überspringen. Ach, das fehlt ja. Das geht nicht. Du bist ja lustig. Kannst du kein Zelt aus Federn und Stöcker bauen? Was? Kinderzimmer. Ich besitze keine Federn. Äh, ich mein Tablette. Ich hab' einen Stock. Ich hab' auch nicht damit gerechnet, dass die Mission zum Shrater verurteilt ist. Was machst du denn, das ist eigentlich gar nichts? Nee, ich... Ich hoffe, dass du überlebst heute die Nacht. Ja, ich hoffe, dass ich die Nacht überlebe und dann... ...eventuell mich irgendwie bis zu meinem... ...bis zu meinem Rucksack durchwaggen können. Durchwaggen. Was willst du spielen, oder was? Ach... Was gibt's hier? Stock. Noch einen Stock. Stürfen. Guck ich jetzt nach, wo noch Wildschweine sind. Dann guck doch nach, wo noch Wildschweine sind. Ich hab' Geld gefunden. Also hier ist die Schlucht. Da gibt's auch Stöcker, ne? Ach, unten Samurai-Schwert. Das haben wir schon. Aber... Wie konnte ich mir? Der wird das ja auch gar nicht. Der hat das gar nicht mitgenommen gehabt. Wo sind wir denn gerade? Hier. Schatz, es gibt wohl Wasserhaier, ne? Wasserhaier? Gibt's auch Landhaier? Ach... Dich. Hast du's gesehen? Wo ist das denn? Link neben der Schlucht. Ach da, ich seh' den Arm. Ich seh' deinen nicht. Der muss halt mal in die Schlucht reingucken. Ach nee, ich bin auch gerade getarnt. Warum sind hier Bomben? Vielleicht für die Standorte, wo man das mit Dynamit aufbomben muss. Ich will meinen Rucksack wieder haben. Ich würd gerne die Nacht überspringen. Das wär' auch für mich sehr in Ordnung. Aber ich glaube, ich komme nicht an meinem Rucksack gleich dran. Und werde einfach wieder sterben. Dann machst du's halt nochmal. Nur springt's anders. Ja, dann muss ich genau da springen, wo wirklich meine Leiche liegt. Und hoffen, dass ich auf dem Stein da oben drauf komm. Boah, geile Fischis. Jetzt hör' ich nur Fischer an. Ich will aber Felschweine felfen! Ich werd' gehauen. Warum werd' ich gehauen? Ah! Problem ist, dass ich auch keine Energie mehr habe. Sonst hab ich gesagt, die renn' hier gleich einfach raus. Und guck, wo der Eingang zu der verfackten Heli ist. Ja! Aua! Ich schrei' doch nicht hoch. Ich bin tot. Warum? Weil bei mir vier Leute sind. Oh! Ich glaub' es sind vier hell. Ja! Jawoll! Uh! Aber ich seh' hier unten immer noch nix. Oh! Hallo! Also! So langsam seh' ich hier was. Oh! 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 Ich mach' Schnitzel aus, hab' ich, ey! Boah, Reflexe wie ein Nimya, ey! Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo hier nur Wildschweine sind. Ich komm' mal zu dir, wie lange hast du noch? Äh, ich bin grad' an den Augen angelangt. Ich hab' leider kein Trinken mehr. Äh, ach ja, und ähm, Baby sind jetzt auch bei mir. Ja, super. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste? Ja. Ich komm' nicht zu meinem Rucksack. Ich warte mal, bis heller ist, ob da hinten irgendwo noch eventuell im Weg ist, aber... Möchtest du was zu trinken haben? Ja, gleich. Ach, hier ist ein Höhleneingang. Echt? Ja, hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Boah! Ja, ich, ich kann grad' nix machen, meine Map hängt. Boah, ich seh' den Ausgang. Ja, du hast mal einen Pfeil aufkommen, ne? Ich freu' sich noch jemand. Ich muss jetzt warten. Komm' mal! Hier! Nein! So! Komm' jetzt machen wir hier dann direkt, äh, so'n... Ich muss ja weg, her. Lauf doch mal bitte alle in die andere Richtung, damit ich da mal eben schnell vorbei kann. Ach, wir sind auch direkt hier an so'n Ding, äh. Boah, ich weiß, wie ich hier unten aus der Schlucht rauskomme. Ich sehe den Ausgang, aber da sind drei blaue Typen im Weg. Und ich hab' absolut keine Energie mehr. Dann bringt's ja eh nix, dann renn' einfach. Soll' mal so Rüstung für ne... Knochen für ne Rüstung, äh, machen ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, ich würd' eigentlich da hinten gerne gucken, ob ich da vielleicht ne... Ja, egal, komm. Das möcht' ich mir jetzt einfach angucken. Der läuft nur gegen die Wand. Er guckt mich die ganze Zeit an und er schläft noch. Und wo musst du hin? Da. Da ist die Spalte. Und ich hab' so viel Energie. Hast du überhaupt nichts zu trinken? Überhaupt nichts zu essen? Irgendwelche Beeren oder was? Ich hab' gar nix mehr. Essen ist aufm Lagerfeuer. Ich weiß, ich hab da auch schon zweimal Fisch draufgepackt. Ja, dann... Warte, bitte, 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 bitte. Geh weg. Geh weg. Oh, die Tür ist offen. Er kommt einfach mit. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich noch erwischt. Ja, für dich. Ja, für dich. Oh. Dankeschön. Mann. Du Hucher. Ich geh' runter. Ich folge dir auffällig unauffällig. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, dann, äh, würd' ich sagen... Ja, warte. ...bräuch' ich jetzt einfach... ...bräuch' ich jetzt einfach mal wieder Rüstung. Okay, es geht direkt weiter runter. Ja, was ist hier? Erstmal hier gucken. Bis nix. Obwohl... Schon nochmal tief hier. Ich hab' auch absolut keine Aufdauer mehr. Auch nix mehr, aber hier ist unten ein Lagerfeuer schonmal. Also ein Lager. Und ich glaub' wir müssen tauchen. Seid ihr in der Höhle? Ja. Boah, das wär' natürlich jetzt... ...ultimativ, wenn ihr die Höhle habt... Ähm... Die Nacht da... Ganz ehrlich, das glaub' ich sogar, das ist die. Hinweis! Ey, das wär' perfekt. Dann würd' ich hier jetzt einfach runterspringen. Ihr könnt'n nicht aufheben. Aber... ...Krissi kann nicht mit. Warum? Sie hat keine Taucherausrüstung. Aaaaah. Aua. Speicher. Mal gucken, wo lang. Warte mal, ich hab' jetzt einen neuen Notizbuch einfach. Da, ich seh' euch und ich seh' meine Leichen. Naja, aber ich glaub' nicht, dass das... Warte mal. Doch, das könnte hinkommen. Weil ihr seid links von... ...von dem Eingang. Erkunde, Wasserfallhöhle. Mhm. Das kommt hin. Guck mal, Nic, und das haben wir jetzt gefunden hier. Guck mal. Das ist doch deine Eingangstür da unten, oder? Das könnte hinkommen. Aber guck mal auch. Ihr seid hier. Und hier war die Tür. Das heißt, ihr seid theoretisch gar nicht mal so weit entfernt von der Tür. Ja, da muss ich Marco hinterher tauchen. Ja, aber du kannst nicht so lange... Oder du guckst, wie dann die Schlucht geht, oder so. Keine Ahnung. Hier geht's noch weiter runter. Ich überleg' grad, ob ich jetzt versuche, mich hier einmal runterzubacken, dass ich an meine Tasche komme. Theoretisch, was soll passieren, ne? Mehr als Sterben kann ich nicht. Ey, bei dir nicht. Ich sterbe nicht so blöd. Ja, deswegen. Es geht immer weiter runter. Ah, ich bin in der alten Höhle und bin tot. Fuck. Da unten sind direkt welche. Hinter dir. Der pennt direkt weiter. Vorsicht. Wo? Ich hab's denn nicht. Ich musste direkt eiskalt Medizin nehmen, ne? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Was ist hier? Was ist hier? Das ist ja unheimlich, dass hier ein Buch drin ist. Dynamit. Und Salda. Hinweis. 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 Kassette. Hä? Kassette, trat gesammelt. Kassette, trat gesammelt. Die da. Leuchtfackeln. Dynamit kann ich nicht aufnehmen. Oh, oh. Da hinten ist so ein Schweinemutant. Ach. Ja, ich hab, äh. Dynamit. Soll ich einfach mal was versuchen? Ich mach dynamit. Warte mal. Ah, hat nicht geklappt. Oh, fuck. Das ist dieser, dieser Rände. Das hat geklappt. Hä? Ja, als ob das Dynamit dem nichts ausmacht. Ich hab, wie einfach alles da hinten. Hier ist noch ein Hinweis. Warte. Don't be afraid, just believe. Hä? Das macht dem null was aus. Oh. Ah. Vorsicht. Hinter dir. Verdammt. Hä? Lauf weg. Lauf. 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 Vorsicht, Dynamitrenner wächst. Lauf. 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 fast tot eigentlich muss ich tauchen um dahin zu kommen wo ihr seid nein nein dann sag mal wo der eingang ist dann komme ich auch dahin ja der ist quasi am strand gewesen relativ warte ich geh noch mal zurück einmal ganz hoch dann kann man versuchen zu dritt dahin zu kommen weiß ja aber du hast jetzt keine sachen ist auch blöd aber bevor ich mich jetzt weiter versuche hier die ganze zeit irgendwie darunter zu baggen so wie gerade er ist immer noch da unter mir dadurch dass ich keine sachen habe ist auch nicht schlimm wenn ich da in der höhle stirbt wir haben erstmal halb neun und wir müssen heute auf jeden fall nach da unten damit ich meine rucksack wiederkriegt alter mein gott hinter mir direkt wieder so ein genau da rein da musst du rein okay gut bei mir normalerweise müsste ich genau und dann kommt ich nämlich jetzt gehe ich wieder runter hinter mir ist gerade in mutternd kann ich unten speichern und nicht ein lager hier unten lagern ich sehe dann nicht aber ja ich sehe krisi jetzt laber der typ hat mein bärmann zu kaputt gemacht dass wir den an oder werden hier tauchen müssen nein 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 ich hab mein essen vergessen sag ich mal speichern ja speicher mal bitte ich mache mir in der zeit einmal noch mal eine zigarette hast mir auch eine meine e zigarette spackt gerade wieder voll rum jetzt wieder wie lange nur hat jemand alkohol für mich zweimal brauche ich das ist aber nicht die tür auf dem bild das irgendwas anderes hier sind noch sehr erst mal kurz hier das essen weil ich bin sogar dreimal heute also verhunger werden die heute nicht das war die nacht über springen ist egal ich bin unter der bank ich bin unter der bank er liegt meinen 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 Aschenbecher bei dir ich hab den Emo zur Seite gestellt gehabt ich hatte vorhin einen in der Wand ich frage mich nicht wo der hin ist ach da ist er auf meinem Laptop Feiertag Machst du noch mal Licht an, willst du? Boah, dieses Scheiß Baumkacke hier also unten ist auf jeden Fall ein Schweinsken ok oh Snacks, geil hier liegen Snacks wo, 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 wo hier wo ich stehe wo stehst du denn? direkt mal alle weggesnackt hier auch hier oben geil, perfekt wo, wo waren hier flair hier, hier, hier ja, dort nehme ich dynamit, brauche ich noch so, dann schauen wir uns jetzt den Dicken, würde ich sagen ja, ich muss einfach so nehmen ja, machst du noch kaputt alles ich weiß nicht, was man darf also jetzt jetzt könnten wir runter, der ist gerade ein Stück weg vom, vom Seil hat jetzt jemand Alkohol für mich eben? ne, ich hab keins warte mal kurz, bevor ihr runter geht ja, ja warte mal ja, das hab ich schon mal hey äh, hast du einen Sperr, Nico? äh, ne, ich hab hier meine Keule ach, deine Keule hast du wieder ja ich hab mir grad schnell eine gebastelt ich ne ja, dann hätte ich hier, äh, so einen verbesserten Sperr gemacht ja, komm mach ich trotzdem obwohl geht gar nicht, ich hab nur noch zwei Knochen ich hab auch einen verbesserten Sperr für ihn ähm, bitte nimm mal dann hat er nochmal ein bisschen was auf Range, so ein bisschen ja ich logge ihn weg ah, Chrissy du hast mich runter geschubst hä, wie geht das denn? indem du gegen mich läufst damit schiebst du mich zur Seite und ich stand vorne, weil ich gucken wollte, wo der ist dabei hast du mich runter geschubst außer Medikamente? ja, wär gut ich hab nichts äh, der Kollege ist direkt hier ich kann sagen, lass uns den erstmal er brennt erstmal um den kümmern wir müssen uns austeilen der rennt nämlich gleich los der kommt zu mir ah, ne, doch nicht der ist tot, ey ich sag doch, der ist fast tot oh, Rüstung natürlich so haben wir mal ein Medizin für mich? ich hab keine mehr ja ja, danke ich hab einen Pfeil, falls einer braucht also hier ist, ja das war mein Pfeil hier ist Dynamit hier sind zwei Seile für dich warte mal, wo war Dynamit? warte, warte, warte erstmal die Kisten auf die sind offen bei mir waren noch zu welche? bei mir sind hier gar keine Kisten mehr hier ist ein Hinweis aber habt ihr glaub ich schon, ne? hier in der Ecke die beiden bei mir liegt kein Dynamit mehr hier ok hier liegt noch einer den hab ich voll reingepackt hier liegt ne, hier liegen Flares aber ich hab das Gefühl du kannst das hier aufspringen oder so warte mal aufspringen testen wir ich glaub aufspringen kannst du hier nix ja doch weil du kannst den da rein stecken und das kannst du eigentlich nur bei Sachen die du aufspringen kannst ich guck mich hier mal ein bisschen um kurz ja ich hab den hier rein ok ich würd da weg gehen oh ja kannst du nicht hier war auch ein Hinweis, ne? ja hier liegt hier ist Farbe ja ich weiß immer noch nicht wofür die Farbe geeignet ist, ne? boah du du lästte aktualisiert warte mal, ich kann noch bestimmt auch ach ich hab keine pingse, okay der kunde die wasserhöhle die ist durchgestrichen super jetzt geht es hier aber weiter also ich meine flash meißen wenn du eine kratte in der hand hast ja oder kurz geht es nicht weiter dynamit rein ich habe noch ein ich mache bevor wir beide ich glaube das muss man einfach davor schmeißen oder leg 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 bei mir auch noch mal ein Stück zurück macht jetzt ich habe keins mehr ja sag doch was ich dachte du einen nach nico macht ne ich hab ne ach so doch ich habe auch sorry ja ich mache schon hier geht ein seil hoch ich höre welche lachen wir kommen auf jeden fall nicht bisher noch nicht so näher kommen auf jeden fall mutant ja und hier sind direkt zwei leute ganz viele babys fall fall da runter hier ist kleidung leule medizin hier ist auch irgendwie ein weg hier ist ein lagerfeuer kassette mit mittagessen von megan hier sind zettel alkohol und zettel brennen brennen fack muss mal kurz hier gefunden passagier platz 2c du brennst immer noch jetzt nicht mehr hinweis boah medizin ja ich habe auch gerade schon ganz viel eingesammelt und ganz viele snacks so ich kann nicht mehr medizin ich kann nicht mehr medizin das nächste mal soll ich das einmal hochgehen einmal ich gehe mal gucken ja ich glaube hier geht es nämlich nicht weiter ich glaube wir müssen das seil hoch nee wir sind jetzt in einen weg hier eingeschlagen da gab es ja noch einen anderen unten ist da oben was warte also im moment ist hier safe ist es gerade erst hoch oder erst den anderen weg aber hier oben scheint nix zu sein druck und schreibt hallo hallo gut denn abend hallo hier oben ist gar nichts weder ein seil noch sonst irgendwas ich komme wieder runter ja lass uns eben auf marco warten naja hier das tape habt ihr auch was an den köpfen lag ja mit dem mittagessen gut gut wie geht es euch ja alles super und selber alles super ja gut mutter okay stück zurück drei einer kommt kann einer mal hinter mir weggehen oder irgendwas einfach mal vor einem stein standst du die kommen jetzt alle schön gut dann kommt aber ist ein langsamer mutter ein bisschen entspannter brennt auf jeden fall ja ja ich muss einmal kurz medizin nehmen ja ich habe hier gerade alles auf mich habe soeben das tor ist durchgespielt ja wir sind noch mitten drin haben wir alles gefunden und da sind halt vor der ist durch leider ist noch ich liege am boden kann nicht mehr ja sofort warte und alle ich glaube wir haben alle mal eben sehr important und ich kann sagen wir haben es ja wo sind meine ganzen feide hin ich glaube lange fahren wir keins hatte meine feide die sind weiß nicht von der freundin fahrfahrer warte ich wollte hier nur einmal schnell um die ecke noch mal nun schon wo ist denn hier das scheiß lagerfeuer dreck singen da machen wir setzen wir hier einmal ein zwei steine hatte du kannst auch normalen aus zwei stöcker und blätter machen können dann hätten wir nämlich hier eben die ja geht auch ein lagerfeuer hier ist noch einer sind sogar noch zwei ja ich bin oder noch ein paar mehr ja die kommen stück zurück am besten okay sieht das mal kiosk hier kann man speichern hier sind feile drin ja ab hier müsste man tauchen ja dann muss ich euch hinterher tauchen ja ich kann auch nicht tauchen da ist auch keine tauchen ausrüstung da muss marco einmal vor und wir müssen ihm dann hinterher ja ich guck mal wie weit das ist ok moment einmal wenn sauerstoff wieder ausgefüllt wir sind irgendwie nicht in der nähe von der von der tür kommen auch irgendwie nicht so ganz näher ok das könnte man schaffen vielleicht ja das sei jetzt nicht weiter aus bis jetzt oben ich bin hier eine oberfläche ja das schaffen wir ja das ist gleich nur relativ einmal hoch schwimmen ja genau und jetzt hier hoch einfach gerade hoch luft und direkt zwei passagiere geld für geld menschen 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 hier die kleidung neues outfit hier nicht ganz viel geld ich gehe nochmal zu den personen hin wegen kollegiere er ist links oder er ist rechts rum also ich bin rechts ok oh mir wird kalt hier waren wir schon hier können wir speichern hier ist ein selbstgebautes lager von uns hä jo dann waren nico und ich hier wahrscheinlich dann würde ich sagen lass uns mal hier rechts weiter oder ja dann gehen wir zu nico kommen aber ich war hier noch nicht drin oh dynamit oh ganz viel der kopf war geil auf der anderen seite ist ein seil ja hab ich gesehen snacks hab ich noch alkohol mir ist gerade nur kalt ja oh shit kläberband kläberband krebet krebet ich kein krebet Das sieht bestimmt aus wie Kylo Ren mit der Flamme, guck mich mal an. Versteckter Gang. Ja, guck mal. Zoom. Hat ihr auch einen versteckten Gang hier? Was für einen versteckten Gang? Ich bin. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich hier hin muss. Wo bist du denn langgegangen? Mein Gott, ich komme nicht über die Bank. Oh, Hinweis. Irgendeine Karte. Hier sind noch Koffer, alles. Ach, ich glaube hier waren wir schon. Da waren wir zu dritt hier. Wo war ein Hinweis? Ach, das ist diese Karte, die wir letztens hatten. Wo wir dachten, damit können wir das Boot öffnen. Aber ich glaube, der Nico muss die wieder suchen, weil er hat seine Tasche ja nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Den letzten Getümmel ganz hinten. Links nämlich. In der Hand von irgendwen. Ja, das war die Karte für... Irgendwas. Da ist noch ein Seil. Zwei. Also waren wir hier in der Höhle auf jeden Fall auch schon. Die verbinden sich irgendwie alle, ne? Hab ich das Gefühl. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich bin aber nicht wirklich in der Nähe von, von dem Eingang nach unten. Ich bin aber nicht. Oha! Ähm... Was denn? Machen wir eure L1 Karte auf. Warte. Wo seid ihr unten wieder? Ja. Oh! Das ist ja praktisch. Was denn? Ja, das geht ja noch bei dir, aber guck mal bei mir. Ja, du hast auf jeden Fall schon mal das Ölnetz. Das ist gut. Dann können wir darüber jetzt suchen, wo der scheiß Eingang ist. Oh, ich sterbe gerade. Hat jemand was zu trinken für mich? Ähm... Dann wissen wir da in der Mitte. Da wird, ähm... Guck mal, wir gehen da rein. Das heißt, wir müssen quasi... Weißt du, wie ich mein? Da in der Mitte wird dann auch das Außenfeld sein. Das hier meinst du? Ja. Ja, dann müssen wir... ...wier zurück. So wie ich das sehe. Ja, aber... Vielleicht waren hier Sachen, die wir noch gefunden haben. Vielleicht irgendwie. Das Blöde ist immer, wenn wir sterben, ist die Karte weg. Die Karte ist... Achso. Das ist aufgedeckt, du meinst du? Ja. Ja. Hier ist ein Lagerfeuer. Alkohol. Praktisch wäre jetzt nur, wenn ich mal hätte auch Ausrüstung hätte. Ich auch. Hätte auch gerne eine. Ja, hier geht's raus. Was ist denn hier? Dann müssen wir wieder komplett zurück. Nee, aber dann können wir vielleicht rausgehen in der Schlucht irgendwo in die Höhle. Und dann mit der Karte arbeiten. Achso. Du meinst in diese Höhle rein, die direkt an der Schlucht da ist? Mhm. Und hier war das auch, wo ich rausgekommen bin. Wo ich dann zum Nico gerannt bin, wo Chrissy noch unten in der Höhle war. Die ganze Zeit. Mhm, da muss ich jetzt... Da unten ist nämlich ein Mutant. Dann brauche ich jetzt erst... Gar nicht mehr bei euch. Vorsicht. Wo seid ihr denn jetzt lang? Komplett zurück. Ja. Brennt. Ja. Ja. Ach. Ja. 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 Vorsicht. Ich treffe natürlich nicht. Vorsicht. Zut. Kipp doch um. Aua. Ach verdammt. Da kommt ein Baby hinten. Dort. Ja warte. Baby ist auch tot. Eins zumindest. Bist du da, Nico? Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Warte, ich komme nochmal hier runter. Bist du in wenigstens gerade in der Nähe, wo du gerade warst? Ja. Ja. Oh mein Gott. Moment. Moment. Ich sehe deinen Namen nicht. Warte auf da. Warte mal, ich muss mal eben. Dann hör mal auf dich zu ducken. Jetzt sehe ich auch deinen Namen und dann jetzt hier einfach hoch. Da unten liegt ein Mutant, falls du die Rüstung haben willst. Ja, Rüstung kann ich mal. Wenn der da noch liegt. Ja, hier. Warte mal, theoretisch haben wir doch jetzt alle drei Rüstungen, ne? Ich habe ein bisschen weniger als einen. Oh, okay. Haben wir noch Knochen? Ich habe drei, zwei. Sonst hätte ich gesagt, lass uns doch in der Mitte runterjumpen. Und dann einfach von der Mitte aus das machen, weißt du? Ey, mal ganz im Ernst, wann wird endlich mit T geschrieben? Was? Da wann wird endlich mit T geschrieben? Weiß ich nicht. Ich schwöre es dir. Machst du das, was ich denke, töd ich dich. Ja. Ja, der Wuschige hinter mir. Also da lang müssen wir Richtung Schlucht schon mal. Ja, wie gesagt, wir gehen halt an der Schlucht in die Dings rein. In die Höhle und suchen dann entsprechend den Eingang. Panta hat gerade voll die Knopfaugen. Ah, hier ist das Flugzeug. Koffer sind aber immer nur alle offen. Hier ist aber noch Soda, hier ist noch Medizin drin. Ah, stimmt. Soda. Soda kann ich gut gebrauchen. Essen. Mach mal Soda. Wo seid ihr denn jetzt? Im Flugzeug. Ja, die Sachen sind für mich aber nicht hier. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade gesorgt bin. Oh, die Koffer hier alle. Könnten ja eigentlich regulär unser Hauptlager hier, äh, um das Flugzeug bauen. Dann sind wir eigentlich immer im Lager, wenn wir neu starten. Wollen wir gar nicht mehr rein. Nico geht eine Runde, ich bin. Hier war auch eine Höhle, ne, links von dir, Nico. Okay. Ja, ich war jetzt auf dem Weg zu der Höhle. An der Schlucht. Da sind Marco und ich am Anfang immer verreckt. Nicht hier. Ja, da haben wir ja das Haus gesetzt. Das sehen wir ja. Dann müssen wir eine Höhle weiter quasi. Ja, ich geh jetzt hier rein. Weil hier war ja auch, äh, wo wir unter Wasser gehen mussten, aber nicht wussten, wie. Stimmt auch, aber dann bräuchte... Ist in dem Rucksack meine Tauchausrüstung drin, Nico? Ja, ja, in meinem Rucksack ist meine Tauchausrüstung. Deswegen überlege ich auch jetzt gerade, ich habe drei Rüstungen und volles Leben. Ob ich einfach runterspringe. Nochmal. Versuch. Und versuch da zu landen, wo meine Ausrüstung ist, weißt du? Hast du noch einen Speer oder... Ja, ja, ich habe den Speer. Ich habe auch ein bisschen was an Ausrüstung diesmal. Ich habe was zu essen. Gut, ich habe nichts zu trinken. Aber diesmal könnte ich mich ein bisschen verteidigen, weißt du? Hier, warte mal. Komm mal her. Dann versuche ich das nochmal. Ja, danke. Dann versuche ich jetzt nochmal runter zu springen. Und hoffentlich an meinem Rucksack zu landen. Das heißt, ich bin hier so runter. Ja, dann versuche ich, dann gehe ich nochmal zu Chrissy. Ja. Ey, das kann es nicht sein. Tod? Ja. Ich hätte es nicht mal nach unten geschafft, weil ich bin jetzt da, wo die Höhle ist, in diesem Zwischenweg aufgeschlagen, ne? Ich war direkt tot. Ich habe noch volle Rüstung, bin aber tot. Mein Gott. Dafür habe ich dir jetzt was zu trinken gegeben. Ja. Ja, gut, dann laufen wir jetzt durch die Höhlen einfach da runter und gut ist. Ich komme zu euch, warte. Ja, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, komm. Ah, verloren. Was ist das? Ja, das ist der Typ. Und die Babys. to do list aktualisiert hier kann ich auch einmal tauchen gehen und das war die stelle wo wir mal medizin auch trinken kann ich dir gleich geben muss man erst mal hier über herunter kommt wenn denn 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 hallo ich kann mich mal wieder Wenn jemand noch Knochen braucht, ich hab noch drei. Nein, gerade nicht. Geht auch weiter runter. Ich muss doch mal gucken, was das für Fische sind. Warum legt ihr die scheiß Taucher, wirst du nicht automatisch ab. Hm, nervt mich. Ja, hier geht's auch irgendwo hin. Wo? Hier, bei mir. Willst du mal gucken gehen? Ja, geh mal gucken. Könnte eigentlich auch nicht so weit sein. Der Map nach. Ja, ist auch nicht weit. Also ich bin jetzt schon wieder oben. Alles klar. Wisst ihr, wo wir sind? Wo? Da, wo wir vorhin waren. Gefühlt. Ja, viel weiter weg sind wir davon nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Okay. Wir sind nur noch hoch. Boah, Glück hat alter Vater. Wo sind wir denn jetzt? Hier, guck mal Nico. Drehen wir mal um. Gerade waren wir hier. Ja. Hier sind wir da. Und das ist das Wassersteck. Ja. Warte, können wir hier jetzt direkt weiterlaufen. Hier sind wieder gelbe Kisten, warte kurz. Ja, da sind Leuchtfacken drin, ich brauch aber. Nee. Hier waren wir doch gar schon gar nicht. Warte mal, weil hier sind wieder Pfeile. Ja, hier waren wir gerade. Dann warte mal, so langsam verstehe ich glaube ich diese Karte. Aber wir laufen hier richtig. Wir laufen auf jeden Fall in Richtung. Hier ist nämlich das Lagerfeuer, was ich nicht fertig gebaut habe. So, wir müssen jetzt erstmal in die Richtung. Das müssen wir theoretisch. Hier war der Hinweis. Hier runter würde ich jetzt gehen. Stopp, wo seid ihr? Ich würde hier jetzt runter. Dann tun wir das. Sind wir nicht hier hochgegangen? So, dann laufen wir ja jetzt theoretisch auf dieses Dings zu. Hier haben wir doch die Steine kaputt gemacht. Aber die Richtung passt ja. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich den Wasserspiegel da durchtauchen, wo Marco und ich waren. Hier war noch dieser Mutant. So, ja. Wir sind ja jetzt theoretisch eine Wand entfernt. Mehr oder weniger von dem Dings. hier kurz. So, da oben ist ein Gang. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Genau. Hier kamen wir. Jetzt müssen wir als Seilhof würde ich sagen. Weil ich es mir denken konnte, weil kein anderer Weg irgendwie anderswo hinführt. Also unten sind drei normale Blauer, ein Blauer Mutant und zwei Schweinebauern. Definitiv schon mal. Schweinebauern? Äh, Schweinemutanten. So, Start. Ich probier mal hier mal was von deinem Pommes, ne? Hm, das freu ich. Dann müssen wir jetzt hier sauen. Was meine ich mit dem Wasser hier? Boah. Der trinkt sofort. Boah, ne, hauern wir dem Scheiß. Böh. Soll ich ihn jetzt langgegangen? Ja, wir müssen hier lang durchtauchen. Hätte ich mit dir. Ich speichere mal hier nochmal. Hier geht auch noch ein Seil, ne? Da sind wir gerade runtergelaufen. Das ist der Anfang, kann der... Der Marco müsste hier mal durchtauchen. Hoppala, hoppala. Hier ist jetzt Wasser gefallen. Wo bin ich denn? Da bin ich denn welcher recht? Ja. Ne, guck mal. Oh, was ist das hier? Warte mal kurz. Ich kletter mal hier kurz das Seil hoch, damit ich meine Karte weiter aktualisiert. Hier gibt's nicht weiter. Hier gibt's nicht weiter. Ich würde eher sagen, es ist nur ein Seil hier hoch. Da sind wir da hochgekommen, damit wir hier reinkommen. Aber hier ist irgendeine Figur im Wasser. Ich will wissen, was sie bedeuten. Hier, guck mal. Ja, ich seh's. Also die sind aufgespießt da. Das ist ein Seil hier hochgekommen. Ihr seid schon oben? Ja, ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall schon auf der... Auf der Trix. Warum zeigt er mir das denn nicht als Ausgang an? Ich bin oben. Also ich würde jetzt, glaube ich, theoretisch mal zu dem anderen Eingang gehen. Und von da aus meine Map mal weiter aktualisieren. Ich bin irgendwie verpackt. Warum? Weil ich grad nicht weiß, wo ich hin muss. Genau da. Da, das Seil hoch. Haben wir hier nicht ein Feuer? Ist da im Camp? Oh ja. Oh, hier liegt auch noch was zu essen. Wenn man das essen konnte. Einfach essen. Na ja, bringt mir nicht viel vom Essen. Oh, ich hab schon wieder nichts zu trinken. Ich verdurste gleich wieder. Hm. Hier ist noch ein Höhleneingang. Ich glaub, das ist auch die Höhle, wo das zu eurer Schlucht geht. Hm. Jo. Ich trage immer noch diese fucking Taucher aus, weißt du. Oh nein. Oh, dann können wir hier mal wieder rein. Der hat irgendwas aufgeschrieben. Ja. Oh. Ja, ich äh, sterb jetzt. Warum? Weil ich verdurste. Ja, dann komm runter, dann... Alter. Ja, das ist auf jeden Fall Alkohol. Jo, danke. Ja, und hier ist auch das mit dem Wasser. Da fiel ich ne Tasche im Ding an. Oder so. Wo bist du denn schon wieder? Du bist schon ganz unten? Nein. Wie ist das denn? Ja. Jera. das wenn man dann ist eine meiner taschen wir sind zwei meiner taschen zack 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 das war eine tasche wieder ja ich kann ja essen trinken jetzt habe ich schon mal was zu trinken ab schon mal einen kleinen teil habe ich noch ein ding nein nein die liegt ganz unten aber ich habe zumindest schon mal das was wir gerade aus der höhle rausgeholt haben alles oh ich habe trinken ja ok dann was ist das eigentlich aus trinken ja wo kann man den ganzen tisch hier wegschieben ich habe dabei ok und dynamit der leuchtwöcke oh aber mein schutz ist weg meint ihr das bringt was? warte mal ach so wollt es runterschmeißen wieso töten? ne das ist noch eine leuchtwöcke ne das ist noch eine leuchtwöcke also hier könnten wir uns oh was ist denn jetzt los? ach so ich erfriere da hinten da hinten wo war die tür ne? mhm warte mal hier ist meine leiche ne hier unter uns ist die tür guck Marco hier ist meine leiche und hier ist meine zweite leiche das heißt hier ist mein ganzes equipment und hier ist die tür wir stehen jetzt vom prinzip her direkt über der tür ein stück und was ist dann das da hinten? oh verdammt da hinten ist noch ein abgestützter heli und so das heißt wir müssen hier jetzt in die höhle wieder rein und dann gucken dass wir weiter nach unten kommen wird das funktionieren? einfach mal aus interesse ist sie bei euch die leuchtwöcke? jo jo geil die ist durchgeflogen so kann man das auch mal machen bevor man durch irgendwelche schnitze geht oh das leckt gerade bei mir deb 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 johnny deb deb johnny johnny deb warte ja ja wo ist das lagerfeuer? ja runter springen ist wohl keine gute ölsee ne hier sind wir jetzt wieder wo wir hier an der seite vorbei laufen müssen aber ich wette wenn du da unten du und also unten bist dann da drunter tauchst kommst du an die tür das ist gut möglich ich bin auf der anderen seite was ist das denn? hier ist ein wasserfall hier ist ein wasserfall ich bin auch hier hier gehts weiter äh ist hier nicht die kletterachs? ja hier ist die kletterachs ja hier ist die kletterachs ja ich komm zu dir ich bin ganz unten schon ja komm mal hoch dann holst du die kletterachs wenn wir gleich rauskommen ich habe ja draußen alles ich aber nicht ja ist ja ok du kannst hier ja eben schnellen das ist die frage wo wir hier laufen müssen wo war das? ja hier oben ganz oben wo wir waren du bist ja unten schon wieder ich bin bei dir nee du bist da unten im wasser bei nico oooooh ich dachte du wärst da gewesen du sagst erstmal wieder ganz hoch oooooh ich weiß nicht wie lange so ein ding brennt das ist ein leuchtfackelweg dahin ich weiß nicht ob es da hinten in der ecke weiter geht jetzt ja warte komm mal runter tauch technisch ich kann es map technisch nicht ganz erkennen aber so optisch würde ich sagen ja komm ich hier hoch ja ich würde sagen hier geht es weiter sicher sicher ich brauche mal einen taucher ich brauche mal einen taucher oh was denn ohpala guck mal nein guck mal hier unten ob es hinten läuft scheiße runtergefallen ja aber voll ins Wasser liegt sie unten irgendwo weit nein geht nicht hier ist Ende ok aber wenn hier Koffer liegen vielleicht liegt hier auf dem Grund noch irgendwas anderes ja guck mal nach jetzt nehmen wir ein Feuer ja natürlich nicht ach warte mal ich kann mal nein also wohin war ungefähr fünf was isst du da hm Kekse ja hier einmal aufhören das heißt es muss dann oben weiter gehen ja bei der Kletterachse vielleicht und dann gehen wir ja wieder hoch aber wieso laufe ich euch eigentlich hinterher weil wir den Plan haben ah ja beziehungsweise Nico glaubt er hat den Plan das ist ein bisschen lust da ich auf der Map keine Ebenen habe ja 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 das sieht es hier eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist hier lang so das ist die Sache gehen wir hier hoch oder da mittags Tag wissen wir wird hier vor mir geht es auch lang markus für den bereich schon frei mit der klettern kommen wir hier hoch aber wir müssen ja weiter hier runter leute auf meiner karte wissen wo wir hin müssen da unten in die ecke hier zu diesen gang siehst du den gang unter dir wo du jetzt stehst da genau da aber das ist ja da müsste eigentlich dann eine verbindung sein noch dann wollen wir hier hoch gehen und gucken ja jetzt sind wir in dem gang wo wir hin müssen das ist der gang aber hier sind wir glaube ich draußen oder jetzt auch noch ein seil aber kann man hier hier pistolen munition schädel und liebe der baum wo wir wieder kaputt ich sehe die augen von irgendwem das dürfte meine sein irgendwen angesprochen hier kommt ein komisches so kommen das wahrscheinlich werden gottes und hier muss jetzt wieder wegbomben glaube ich mache ich habe auch kein dynamit mehr wenn ich pflanzen kann es dann wird einfach da hin boah leck boah tinnikos ah ich komme nicht weiter jetzt so jetzt sind wir den gang durch jetzt müssten wir theoretisch rechts ja warte war hier nicht auch irgendwas was wir sammeln konnten kisten erstmal kisten hier waren wir beide hier gibt es getränke stimmt hier gibt es doch noch das samurai schwert vorsicht 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 ja 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 ist hier nicht das samurai schwert da ist noch einer steht noch steht noch steht noch ja war denn diese scheiß kaufe ausrüstung ne so bist du tot ich weiß ja nicht ne noch nicht ok jetzt noch ein bisschen sachen die ich einsommern wollte hier kann man nico sitzt bei dir hier eine person warte mal wo bist du denn wo ich stehe ne hier ist keiner boah ich seh hier so gar nix mit meinem feuerzeug grad aber hier ist ne person bei mir sogar zwei ja ich meine ist keine lebenden person oh ich hatte irgendwas gut erwischt ich bin fast tot müssen wir quasi in die richtung ich seh gar nichts mehr ey ja oh also tauchen oder was ist das ne 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 glaub meiner mit nicht glaub meiner mit müssen wir hier laufen aber nicht hin passt nicht auch hier lang ich komm ja gar nicht mehr hoch komm hier lang nico ja warte ich lasse auf marco warten hallo ich komme nicht mehr hoch oh mein gott ist die schlöss taschenamme schon wieder leer doch du müsstest da hätte ich eigentlich hochbacken können wo du jetzt bist da hinten die ecke ah doch so wo lang hier lang da wo wie ich bin ja so und hier jetzt wieder rechts dann da kommen jetzt gleich hier rechts zum weg den müssen wir ab da mein gott mein gott ne ah hier spalte ja genau das ist hier wieder ein seil das ist hier wieder ein seil deine hose sieht auch nicht besser aus warte mal leid da nur bewässerung oh hier sind zwei oh oh komm direkt durch mach mal mir vorbei ja die suchen sich halt gegner die den gemessen sind aha aha da hinten müssen wir noch erstmal weiter hier geht's auch hier geht's auch halbe nur hier ist so ein steck da dann da aber da gibt's wahrscheinlich wieder nur secret oder so von wozu ne Ahnung aber hier geht's lang obwohl da kommt ja auch ne ne hier müssen wir ne hier müssen wir hallo karte ja ja hier müssen wir lang warte mal hier geht's rechts auch noch runter oh wir müssen auch hier rechts lang würde ich sagen ah hier sind dynamit und trinken und alles glaub ich ach so das meinst du noch nicht oh das ist gut hier wo wir lang laufen hinweis oh den hab ich noch gar nicht gesehen dynamit wollt ihr doch bestimmt dann hier irgendwas sprengen ne blitz wir sind hier irgendwo das ist auch gut wir kommen auf jeden fall in die richtung vom ey wir sind unten ne doch nicht hier ist auf jeden fall dynamit noch und dann könnte ich das nicht aufmachen also geht nicht ja toll ah warte mal dann müssen wir hier wieder rein in die höhle vorsicht schmeiß mich nicht hier runter zurück und dann nach links ok seid ihr wieder drin ne ich bin hinter dir ok also hinter kassi ja jetzt müssen wir erstmal im weg hier wieder zurück bei mir leck gerade ohne spaß ne glaubt ihr mir dass ich schon wieder ein bisschen hunger habe ich auch hier war eine kassette ne ja ja die hatte ich schon kassette wo hier ist wasser ne dann hab ich die schon hier sind auch koffer hier sind auch koffer ich kann ich kann ich kann ich kann wir trinken ja hier ist was zu snacken hier neben hier ist was zu snacken bei mir ist hier gar nichts dann machst du hier vielleicht schon hier sind bibeln hier habe ich nur was zu lesen aber das war es auch hier ist ein neuer passagier hier habe ich ganz viel trinken ich habe auch vorhin trinken gefunden mir hat ja keiner zu viel ich habe es hier zugehört aber an das trinken konnte ich nicht dran hier streit auch einer oh hier ist ne na warte mal auf chrissy hier geht ein weg lang hier geht es nach draußen hier geht es nach draußen hier geht es nach draußen wie geht es denn jetzt hier boah fucking toll also ich habe einen anderen weg noch gefunden ja lass uns mal da lang gehen würde ich sagen dann komme ich wieder rein hier liegt auch noch ein hinweis ne ja den habe ich schon abgehauen das bild der macht aber schöne bilder bist du hier durch das wasser durch ja todel ist aktualisiert oh hallo ibeams einzeln porscher da ist einer da ist einer der kommt voll verpackt voll verpackt komm runter da du oder hat der geschrien der hat geschrien shit renn doch nicht hier weg da ist noch einer da ist noch einer jesus mit dicken eiern ja ekelig ja und hier war das zum beispiel wo ich den shit dingens hatte den äh hau mal raus geht's nur lang ähm den ähm mutanten ja wie bist du denn da hochgekommen du scheiß hacker da hochgeklettert da alles kalt ich denke schon ja hier ist ein häuschen das habe ich ja dahin gebaut cool neues outfit hier hängt auch noch eine ne hälfte hier geht's aber runter runter wieder hoch aber da hier geht's glaube ich dann raus wieder naja da geht's wieder raus komm mal hier zu mir ich glaube hier geht's weiter wo seid ihr denn? warte ich komm wieder hoch bist du an dem zelt vorbeigelaufen? hier hinten ja ja hier hinten runter hier bin ich noch nicht für lange gelaufen ja ich komm meine ja meine karte aktualisiert sich nämlich gerade erst oh hier ist ein lager geld ganz viel geld ja und hier ist auch das samurai schwert hinter dir nimm dir mit nico nimm dir mit nico ja ja ich wollte hier einmal eben und euer fahrer hier gibt's essen und alles hier gibt's essen und alles so und hier scheint jetzt irgendwie eine verbindung zu sein zu den neuen wegen ja hier wart ihr schon hier gibt's ja meine karte ist ja komplett neu guck mal bei mir ich war da glaube ich schon hier ist auf jeden fall eine taschenlampe aber wir müssen hier lang hier ist taschenlampe guck mal ko ich vermute dass wir hier irgendwie so weiter müssen weißt du entweder hier so oder hier so aber die frage jetzt brauchen wir nur die verbindung dahin die muss auch irgendwo hier sein die 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 dann hier hier mit des Aber hier scheint nichts zu sein. Guck mal, achte mal auf die Wand. Wer ist das da vor mir? Ich bin das. Geh mal weg da. Oh verdammt. Hat das was gebracht? Bei mir sind eine Menge Steine weggeflogen hier. Ich glaube da müssen wir zurück und einen anderen Weg dahin finden. Verdammte Schüttel, ich brenne. Geh weg, geh weg. Kommt mir nicht an. Nico ist auch schon wieder keine Ahnung wo ey. Ich bin den Gang zurückgelaufen. Ich bin wieder oben am Zelt. Problem ist, wo soll es hier weitergehen? Oh nein. Oh nein. Ich mach mir nochmal eine Zigarette. Ich mach mir nochmal eine Zigarette. Oder wir brauchen jetzt wieder einen neuen Eingang. Dass irgendwo hier unten ein Eingang ist. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Weil du hast von hier aus keine Verbindung mehr. In die Richtung da. Das heißt entweder muss es hier irgendwo was geben. Dass wir hier diese Wege gelangen können. Oder hier hinten irgendwo. Dann würde ich sagen können wir hier erstmal den Ausgang nehmen. Zumindest wird mir hier ein Ausgang angezeigt. Das ist ein Ausgang. Das ist ein Ausgang. Das war's für heute. Wo ging's denn hier runter, wenn wir hier runtergegangen sind? Ähm, ich glaub wir müssen... warte mal. Ich bin hier jetzt mal Seil runter. Ihr seid total weit von mir entfernt, wo auch immer ihr seid. Hier sind auch zwei Bilder, ne? Marco, hast du die Bilder schon? Was für Bilder? Das mit dem Flugzeug und das mit den Kreuzen oder was das ist? Ne, das hab ich noch nicht, das seh ich nämlich gerade an der Wand. Hier ist noch irgendwas auf dem Boden. Hier ist noch ein Spielzeugteil. Der Körper ist hier nämlich. Achso, den hab ich schon. Okay, dann. Ne, ich hab hier ja doch einen Körper. Ne, ich hab hier ja doch einen Körper. Also ich klare hier gerade das Teil hoch. Also ich glaube, wir müssen von der Map aus von oben. Also über, gerade über den äh... Grab. So, hier geht's wieder raus. Wo sind wir denn jetzt maptechnisch? Da. Wir müssen mal... hier irgendwo rein. Guck mal. Warte mal. Hier. Da oben waren wir schon drin. An der... An dem Ding gibt's einen Eingang. Den haben wir auch schon genutzt. Guck mal. Unten, ne? Auf der Karte. Lass uns doch mal zu dem Eingang. Das hier? Ne, den da drunter noch rechts. Genau. Zu dem. Zu einem von den beiden würde ich jetzt als nächstes. Gehen. Wohin jetzt? Einfach Marco folgen. Der voll Blut ist. Da. Ich würde da jetzt erstmal einfach in die Höhle gehen und dann gucken, an welchem Standpunkt wir in der Höhle sind, weißt du? Oh, wir haben Besuch. Oh. Mehrere, mehrere. Oh. Oh, Power. Einer ist noch, einer ist noch. Aber der haut ab. Ja, aber der wird bestimmt gleich wieder kommen. Meistens werden die weg und kommen wieder. Lassen wir da gucken. Ja, die Richtung. Oh, verdammt. Vorsicht, hier geht's runter. Ja. Boah. Das ist mir auch ein bisschen erwischt. Achtung, Achtung. Vorsicht. Ich versuche hier mal erst auf den Stein zu springen hier. Ja, oder nicht? Ich hab aber nichts abgegriffen. Ich lauf einfach. Merk nur, Flopp, Flopp. Uuuuuh. So, die ist eigentlich gleich da. Ey. Die sieht irgendwo hier nicht. Da kommt wieder einer. Bei uns. Ja. Irgendwo hier muss die dann sein. Hier sind wieder Koffer. Ja. Ja. Vorsicht offen. Ja. Hier hast du Deckel. Ja. Ja. Krieg ich auch was davon? Ja. Hier. Toll, den Schwuckereff. Ja. Ja. Du hast zu spät bescheid gesagt. Ja. Hier war doch auch der Eingang. Ah, ist wie wieder hell. Oh, bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Bei mir ist einer. Moment. Ich will die Flasche zumachen hier. Hallo. Nico, wo war das denn, wo wir einmal mit der Tauchausrüstung so getaucht sind, dass wir im See hoch kam? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich würde auch mal ganz gerne die Taucherausrüstung bekommen. Es kann sein, dass das sogar hier war. Aber hier, müsste hier nicht irgendwo auch noch ein Eingang sein? Die Taucherausrüstung war hier. War die oben? Nee, hier, in der Höhle hier. Ach so. Ja, dann müssen wir den Eingang mal finden. Finden. Irgendwo hier muss der sein. Sollen wir dann zu der Höhle hier oder zu der Taucherausrüstungshöhle? Ja, von mir aus kommen wir auch zu der Taucherausrüstungshöhle. Da muss man nämlich hier rein. Ja. Komm. Ich darf mal alle Blätter hier mitnehmen. Wir haben erst 10 Uhr. Wir sind doch schon drei Stunden am Stream. Ja. Noch genug Zeit, da ich meine Taucherausrüstung wiederkriege. Drei Stunden am Stream, seit zweieinhalb Stunden scheiß Eingang am Suchen. Warte mal. Ausrüsten. Aber so Burger King Becher sind schon praktisch, ne? Mhm. Ich hab meine gerade auch wieder aufgefüllt. Ja. So, und hier war es der Höhleneingang. Strohhal müsste nur noch ein bisschen länger sein. Jo. Dass den Becher nicht mehr hochnehmen muss. Oder einfach so ein Headset mit Trinkehalter. Ja. Ich speichere hier mal eben. Hab ich auch schon. Hier war der Eingang. Hier, den hab ich auch noch nicht, sag ich mal. Ist ne Kiste? Stopp. Der Host antwortet nicht. Das ist sehr toll. So, jetzt sollte wieder. Ich war gerade am speichern. Hier geht ein Seil hoch. Dann sind wir mal wieder draußen. Ach, wo sind wir denn jetzt hier maptechnisch? Schon wieder da unten. War hier auch irgendwo ein Hinweis. Jetzt müssen wir mal gucken maptechnisch. Ist das Alkohol? Also hier würde ich sagen, müssten wir theoretisch schon mal nicht lang maptechnisch gesehen. Hier ist Geld. Oho. Leute. Ah. Komm mal. Aua. Aua. Ich bin down. Ich komm mal. Ich komm mal. Ich komm mal. Ich seh nix. Fuck. Fuck. Ja, genau. Der hat mich down. Fuck ey. Dummer Hurensohn. Oh fuck. Der hat mir auch richtig eingegeben. Was ist denn mit euch los hier? Ich bin auch down. Der macht richtig Schaden. Der verteilt mal richtig was. Wer denn? Alter, ich hatte volles Leben. Der hat mich dreimal gehauen. Alter, der hat mich glaube ich zweimal gehauen. Und ich lag. Bleib aber nochmal da, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt mit nem Kopf am Mund. Warte. Ich hab nämlich Feuerfeiler. Der Mund ist voll. Nase. Ja, ich muss. Nase voll. Die Augen fang an. Aaaaah. Und so langweilig knapp. F*** dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein. Komm schon, komm schon. Ein. Komm schon, komm schon. Hol Marco erstmal, hol Marco erstmal. Ja, ich bin schon wieder. Ja, sorry. Ich wusste nicht wer von euch jetzt werfe. Wow, dick weiter, dick weiter. Ja, ich bin wieder down. Alter, was ist denn denn für ein Pissgesicht, ey? Ja, aber der ist tot. Ich glaub das war's jetzt. Ich hab den abgekokelt nämlich. Ich mach mal eben ein Lagerfeuer hier hin. Dann kannst du daraus dir ne Rüstung machen aus den Knochen. Ich hab mir jetzt erstmal die 10 reingepfiffen. So. So. Also ich brauch fünf Knochen für eine Rüstung. Ja, ich hab auch noch Knochen. Wo ist denn die zweite Leiche? Die hab ich da drinne. Oh, so ist auch schon drin. Komm, sei froh, dass ich noch am Leben war. Das ist auf jeden Fall in die andere Richtung würde ich sagen. Oh, ich hör Mutant. Oh, ich hör Mutant. Ah, ich kann nur eines machen oder was dann machen. Ja... wirst du hier du wirst mal wieder ja ist doch schon leer hast du schon genommen du kannst nur ein knochen geben ich hab dir eine knochenrüstung gegeben auch so also hier geht es doch mal runter ja und hier war nämlich auch die ausrüstung unten ja ich komm auf jeden fall schreit dir und mutant heftigst rum und stampft hier rum hier geht es noch mal runter ja und hier ist die taure ausrüstung und hier war das auch wo wir dann durchgetaucht sind ja aber sonst war hier nichts in der hülle oder was ja dann müssen wir jetzt erstmal wieder zurück würde ich sagen oder hier mal durchtauchen ne wir sind ja doch schon durchgetaucht halt guck mal denn auf Karko wenn wir jetzt tauchen kommen wir nur zurück wo wir schon waren wir müssen hier weiter ja aber wir sind ja nicht hier rausgekommen als ich gucken war also letztes Mal wo wir hier doch durchgetaucht sind in der kamen wir draußen raus oder in der höhle wieder wir sind auch einmal durch so eine ganz große Tür gelaufen okay ich bin jetzt in irgendeiner hülle ja ich bin hinter dir erst mal trinken aufheben ja dann müssen wir hier weiter tauchen und dann weiter schwimmen erstmal guck mal auf die Map wo ihr jetzt guck mal da bist du nämlich wieder da hinten wo wir gerade schon waren und hier ist diese Tür hier ist die Tür aber war nicht durch die Tür kamen wir zu dem See wo wir dann da rausgetaucht sind zum See gab es hier Hinweise die ich aufheben muss das weiß ich gerade gar nicht mehr jetzt mal hier runter jetzt mal hier runter ach guck mal ne rostige Axt ach guck mal ne rostige Axt ixíss diesmal uc j j j j j j j Jetzt bin ich hier ganz woanders, jetzt geht hier ein Seil hoch. Ja, das ist gut. Hm, den Weg kann ich aber gar nicht. Ja, das ist gut. So, jetzt ist er theoretisch schon hier weiter. Hier legen ein Seil auf den Boden. So, und hier ist dieser Schlitz. Stimmt, und jetzt sind wir draußen an dem Teich. So, jetzt sind wir hier. Aber ich bin hier jetzt auch nur bei einem Ausgang. Das heißt, die Höhle scheint uns auch nicht wirklich weiter zu bringen. Hier ist hier mal irgendwas, will ich hier mal was übersehen? Für jeden Fall höre ich hier noch Mutanten schreien. Bist du in der Höhle? Ja, ich bin hier immer noch... Ich laufe mal zu Nikos Namen und gucke mal, ob da in der Nähe auch irgendwo ein Eingang ist. Ja... Ja, ich hab den Schweinemutant gefunden. Zwei Stück. Draußen oder was? Drei. Draußen. Bei uns. Okay. Schönen großen Boden um die herum machen. Ja, hinter dir kommt ein normaler. Mir fehlt noch ein Bein und ein Arm vom Roboter. Mir fehlen beide Beine und ein Arm. Weil hier bei mir lag noch ein Bein. Ich hab hier gerade noch ein Bein gefunden. Was hat denn für einen riesen Anker, ey? Ja, wir sind hier... Das ist so hier, wo Hannah Baker ihre Kassetten hat. Okay, map ist hier... da... So nicht hin. Hier ist nämlich wieder dieser Baum aber hier in der Höhle scheint auf jeden Fall nichts mehr zu sein wer guckt denn bei dir denn zu der Mann und Mitleid ich könnte jetzt erst muss Wollen wir uns mal hier so ein kleines Floß hinbauen und mal da hinten zu der Insel hin? Wollen wir gern machen So ich bin jetzt mal wieder raus aus der Höhle Dann brauchen wir erstmal Bäume Oh 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 Aber ich setze hier unten mal die Schablone hin Komme ich jetzt zu euch oder gehe ich zu einer anderen Höhle? Ach komm ich gehe zu einer anderen Höhle Tschüss Wenn hier noch ein Floß Schatz Ja egal Wie schnell als jetzt ein Floß zu bauen Das wären sieben Achso der Andorra guckt wieder zu Wie heißt der Michael? Michael Mike Mike Warum kann ich die Tauchausrüstung nicht hier benutzen? Weil die keine Lust hat Ja musste Rechner neu starten für Updates hat ein bisschen gedauert Ja alles gut kein Thema Warum habe ich irgendwie so ein Scheiß gefühlt, dass ich gleich vom Hai gefressen werde? Wieso wir sind doch gleich da? Ja und? Wenn ihr gerade gesagt habt es gibt doch hier schwimmende weiße Haie Laut map of the forest map.com ja Wieso warst du schneller? Weil ich mir auch sauer habe Aha So dann bin ich nur hier Na gut von hier aus komme ich nicht weiter Das bringt nichts Hier ist irgendwie gar nichts Hier ist irgendwie gar nichts Das kann ich ganz noch nicht Ja Kiinst du Ich bin nur hier Da bin ich immer so aber Ja Ja Ich bin Digitiv Ich habe das Ich bin Ja Ich bin Ich bin Da hinten ist auch noch eine Insel, jetzt dürfen wir erstmal hier bleiben. Wie macht man das Lagerfeuer? Ja hier, das erste Lagerfeuer. Einfaches Feuer. Zwei Stöcke, sieben Blätter. Wenn wir nicht das Problem haben, dass es hier auch noch Ebbe und Flut gibt. Zwei Stöcke, sieben Blätter. Das Lagerfeuer, Lied. Das L-A-G-E-R-F-E-E-U, keine Ahnung, Lied. Guck mal, über dir geht der Mond auf. Ja, wenigstens Edward. Jetzt krieg ich gleich auf allen Vieren und die Aul. Ah, wuuuuh. Dann nimm doch die hier. Krasser Scheiß. Krass, scher, scher, scher. Machst du auch eine Zigarette bitte? Nein. Ey, du stehst da gerade. Ich hab aber Hunger. Kann ich nicht sein. Doch. Nein. Ich glaub dir, wir haben Pommes am Kopf. Mach doch. Panter, nimm sie dir. Sollst du nicht ablecken, du sollst sie essen. Verhungern tue ich die Nacht auf jeden Fall nicht. ich habe noch drei Snacks genug zu trinken und Alkohol und Nico was machst du so? ich versuche gerade immer noch weiter den Höhengang zu finden aber ich habe hier gerade ein bisschen Besuch wir sind einsam und verlassen oh shit ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich gleich einfach angesprungen werde aus dem Nichts ich finde das immer total geil wie Nico guckt wenn er konzentriert ist was hat er denn? er trägt einfach voll die Maske nein was? sind die Bommel aus angefallen? no apropos ich soll die schöne Größe von Sonja bestellen ok hat die gerade geschrieben? ich bin die ganze Zeit mit dir dran Entschuldigung, dass du mir das sagst hm? hm dann sag ich dir, dass ich gestern mit dem Papa gesprochen habe hm? ja hm ich komme mir vor wie so ein richtiger Nerdy burger gegen burger bar man Ja, gut! Ja, du wolltest dir was über Burger King sagen? Erzähl weiter. Du Mistgeburt! Fick dich ins Kino! Also ich komme ja richtig wie so Nerdy vor hier mit Burger King, Pulle und Hummus und Döse. Jetzt zündet euch gegenseitig an. Was? Ich bin fast tot. Und die zünden sich hier gegenseitig an. Ja, machst du doch. Ja, ne, die bringen mich nebenbei trotzdem um. Nebenbei, die bringen sich um. Das ist immer voll praktisch, wenn so ein Typ oder generell so weit eine Brille an hat und dann über Elektronik. Ja, du bist nicht der, warum küsst du die scheiß Pammel nicht? Da kann man bei Nico immer mitgucken. Boah, piss mich das an, dass das jetzt so lange dauert. Ja, dann mach doch ein Zelt. Ja, und dann? Können wir die Nacht über... Aha. Ne. Habe ich selber bemerkt. Also ich kann gerade kurz dich auf dem Chat gucken. Ich poste dann mal kurz was bei Instagram. Was willst du denn posten? Geht dich ganz an. Okay, dann mach ich nicht weiter. Weiß ich war so grad so voll freundlich und so, wollt ihr ne Zigarette machen und so. Machst du eh nicht? Ne, jetzt mach ich mir nur eine. Mh. Hast du noch Probleme? Ich mache dann nochmal was für dich. Tschüüüüüüüüühen! Boah. Hahaha. Oh. Oh, fuck. Boah. Hast du das jetzt oder kommt da noch jemand? Oh, da ist noch einer. Oh, Mann. Ich bin die ganze Zeit nett. Siehst du doch? Oh. Fuck. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich sehe ihn nicht. Und mach die Augen auf. Suck you. Du. Haha. Ich tue hier angeblich 1003 Arten. Kann es bitte Tag werden? Bitte? Bitte, bitte! Kannst du mal hoffen, die anderen anzuzünden? Die Kämpfe sind mir ein bisschen zu intensiv. Am Tag kann ich damit besser umgehen. Ich hab grad mal bemerkt, dass mein Mikrofon aus war. Oh! Oh! Nein! Fuck it! Was ist das denn jetzt? Ich seh nix mehr! Oh, bin ich! Riecht die Augen auf! Riecht die Augen auf! Riecht die Augen auf! Verdammte Scheiße! Ne, ich hab dich kaum mit einer Leuchtfackel abgeworfen und die ist dann abgeprallt und ins Wasser geflogen. Oh, ich glaub... Oh, ist der Tag! Jawoll! Uh! Nacht doch überstanden. Hab ich ja nicht mehr mit gerechnet. Wir schreien trotzdem noch welche. Gott, ey! Wir müssen da hinten hin. Da ist auch noch eine Insel. Ja, da will ich aber gerne mit dem Floh ziehen. Aber bis wir dann da sind und zurück sind, ist wieder Nacht. Oh, da hinten ist ein Mutant. So, jetzt mach ich mal wegen dem Chat aus. Ich hab immer mal nicht meine Ausrüstung. Oh, da sind zwei Mutanten. Ne, ist okay. Tschüss! Oh, rein! Hat da jemand geschrieben? Nein! Ab jetzt seh ich den Chat wieder, jetzt kann man auch wieder schreiben. Oh, ich glaube, es sind drei Mutanten. Ne, ne! Für jeder normale Mensch baut sich einen Floh. Wir schwimmen einfach acht Stunden. Und ich suche immer noch den Weg, wie ich an meine Klamotten wieder rankomme. Seit dreieinhalb Stunden. Ja. Wie du es nahe bin ich immer noch nicht. Soll ich euch mal was schicken? Ich war gerade ein Arschlo. Okay. Was hat denn der geschickt? Dann guck nach. Ach, also müssen wir da hin schwimmen oder was? Wohin? Oh, Leute, ich bin unter Wasser, macht bei dir keinen Sauerstoff? Was ist das denn? Ja, ich gerade auch irgendwie. Kann man nicht mal in die Oberfläche? Doch, immer nur so ganz kurz. Das heißt, wir müssen von oben rein schwimmen, ne? So wie ich das jetzt verstehe. So, dann mach ich das hier mal. Das heißt... Schatz, passt auf, ich mach jetzt Dynamit. Ist da bei dir sowas? Ja, ja. Oh, Piepen aufm Ohr. Warte, dann komm ich zurück. Tone 6 von 8. Hey, Kato. Was? Tone 6 von 8. Wie viele habe ich denn jetzt? 1... 2... 6... 3... 1... 2... 3... 6. Gar nichts mehr außer die 6. Ich würde trotzdem gerne einfach mal in diese scheiß Schiffstür da rein. Ich will jetzt erstmal nach da unten. Meine Klamotten holen. Die ganzen Mistvieh abschlachten. Danach ist mir alles egal. Wenn ich meine Klamotten wieder habe, ist mir alles egal. Ach, da läuft schon wieder einer. Jungs. Ach... 2... 3... Ja... Warum seid ihr so zu mir? Machen Kredise. Ich schwöre. Ich will nur in eine Höhle. Guck mal, ich gehe einfach hier vorne in eine Höhle. Dann ihr kein Stress, ich kein Stress, alle Griffis. Wie halt der Tisch einfach ist, ja? Hey, wir sind wieder auf Land. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hä? Hä? Okay. Ich liebe es. Öchse. Was? Tot. Ich habe wieder Fleisch. Ja, der Fernseher geht gleich wieder aus. Was wir tun jetzt? Guck mal, wir haben noch so tausend Bilder, ne? Aua, ich werde geschlagen. Aua! Rot. Du? Jo! Ich habe etwas erwischt, da ist einer. Das sind drei. Vielleicht erschreckt sie das. Das ist die Höhle. Das ist die Höhle. Kommt alle. Kommt. Oh! 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 Also wie ihr übertreibt! ja ich bin jetzt auch da nicht gut also komm mal schnell ja ich bin gerade in der höhle wie kam das denn jetzt dazu ja jetzt lieg ich toll diese dummen feckgesichter ehrlich ich hatte die halt auf einmal machen die zwei schläge und ich bin tot und da seid ihr noch auf der insel ja zumindest eure sachen wieder kriegt hatte ich komme sofort ich mache mir nur gerade irgendwas zu essen komme was püsst mich an ehrlich doch du scheiß wie tot ja dann kann ich neu starten neunundzwanzig Tage überlebt meine kacke du hast du nicht mehr direkt meine Sachen wieder warte mal auf mich ich peile es einfach nicht wie ich hier runterkommen soll zu für mich ja genau jetzt ist ja nicht mal was zu essen bist du schon im spielschatz nein warte na egal ich glaube warte doch mal kurz neunundzwanzig Tage überlebt und dann wegen so zwei dummen feckgesichtern ehrlich nicht die 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 Vielen Dank. Ich nehme jetzt einfach meine Sachen und renne weg, ehrlich. So, hab wieder alles. Warum kann ich denn keine verfickte Plattform hier unten hinbauen? Jetzt ist meine Map wieder weg, ey. Oh nein, ich kann nicht mehr da rein. Komm ich da nicht mehr ins Flugzeug rein? Komm ich nicht mehr ins Flugzeug rein? Doch, kommst du. Du musst rechts an die Seite, an dem Ding da hoch springen. Hier, so. Warte. Ach. So. Boah, jetzt hab ich die ganze Map wieder nicht mehr, ey. Alles weg. Wo ist mein Rucksack? Da. Warte, ich komm mit. Ich kann hier unten gar keine Plattform bauen. Wie behindert ist das denn? Ich muss mal auf den wieder. Das kann ich damit kombinieren. Kann ich da irgendwie runtergleiten? Ich kann hier unten. das in einer an stefan jamsen oder das wird er mir als freund angefohlen und rat mal mit wem der zusammen ist das ist eine person die ich kenne die ihr kennt keine ahnung ein blondchen welche blondine kenn ich denn die sie auch kennt also die ich nur eigentlich durch marco kennen aber nur vom reden und sagen vom schreiben her ich habe mit der person nichts am hut also muss man auch nicht bin ich da raus ich kenne die aber ist jetzt nichts wichtiges ich glaube marco kennt mein verhältnis dazu von daher keine ahnung nein ich weiß nix boah versuche ich jetzt mich hier wieder runter zu backen ich finde diesen scheiß höhleneingang nicht ich finde meine tasche nicht mehr schlimmer ach komm ich will try your best vorsichtig vorsichtig ganz immer schwimmen ne aua warte mal nico bleib mal da bruder ich komme jetzt nicht mehr weg na ja ich guck mal dass ich zur schlucht lauf und ich dann von außen ein bisschen lotsen kann das wäre natürlich echt praktisch habe ich noch zwei medizin habe ich noch jetzt habe ich alle meine sachen jeder das ich habe noch dynamit der ist angezündet wo bist du denn da vorne bist du seid ihr denn ich lauf gerade zur schlucht gerade am flugzeug vorbei ich stehe gerade in der schlucht und warte auf mein navigator der seine map nicht mehr hat aber dann kann er in die schlucht reingucken und kann mir ein paar vorsprünge sagen auf die ich eventuell hüpfen kann und dann räume ich die map mal von hinten auf oder von unten äh er hat aufräumen gesagt hab ich auch noch geil du kennst die gab mir auch die hab ich nicht mehr ah die hab ich auch nicht mehr aber ich hab noch ein bisschen dynamit alter ich bomb die da unten erstmal mit 5 dynamits auf was denn hier ist schon mal ein baby so da wo genau da wo du bist kannst du glaube ich gut einsehen ich würde jetzt hier links erstmal runter du kannst rechts guck mal bei mir guck mal du bist da du kannst da runter ja und dann theoretisch immer weiter rechts runter ja ich muss hier unter mir zu den steinen siehst du ganz unten die steine ja warte ich geh mal hier weiter runter genau positioniere ich vielleicht doch noch mal ein bisschen um ich hoffe es wird jetzt gleich nicht dunkel da da weil da unten direkt unter mir zu den steinen muss ich da oben liege ich drauf da genau da auf der kacke liege ich nämlich ja dann kannst du doch hier runter und dann so springen ja versuchen wir es mal also jetzt geh ich hier oben sitzen ich hoffe ich rutsche jetzt hier nicht ne und ab und zu mal gucken dass hier nichts hinter mir kommt so wo muss ich jetzt runter ich sehe kann nicht runter gucken unter mir in welche richtung guckst du denn grad guck mal ich guck hier auf die steine theoretisch muss ich jetzt direkt runter ne eigentlich ja ah da ich sehe ihn ja ja hat funktioniert bisschen schaden aber hat funktioniert ja halte ich lieber noch einmal oh ich sehe schon die ersten beiden ja jetzt musst du quasi von da aus könntest du theoretisch auf den stein springen wo deine sachen drauf sind die frage ist ob ich das überlebe ja das ist die sache ach verdammte kacke tot nein hier ich hab zwei doch richtig was versuch ich das das ist zu hoch alter das überleb' ich nicht ja ich bin nicht tot nicht mit warte ich komm kurz was ist das was ist das das verlebe ich nicht was ist das was ist das da unten ich kann das gar nicht nehmen oder Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das überlebe. Oh, die Leiche fliegt runter. Ach so, da bist du. Ja. Versuch's doch einfach mal. Ja, ja, ja. Ja, ich hab's. Er hat's geschafft. Jetzt fickt euch ins Knie, ihr Bastarde. Boah, jetzt gibt's Dynamit auf die Fresse, ey. Und jetzt stirbt er wieder. Du Bastard. Dann kommt der bombt er sich außerdem selber los. Ne, ich seh schon mal den blauen. So, du kriegst jetzt erstmal Dynamit so hart in die Fresse. Genauso wie er das Feuer anmacht und das wirft er. Hier. Ich seh nur so ein kleines Licht. Boom. Komm. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Okay. Das war ja warm. Hier, jetzt sag, kriegst du noch einen. Ah, ein bisschen weit. Okay. Kurze Spielpause hier bei Nico mal gucken. Oh, direkt neben dem. Wo willst du denn sagen, ob die Qualität da scheiße ist? Auch getroffen. Hast du, äh, Feuerfeile? Ne, ich glaub nicht. Ich muss gleich gucken, aber ich kann mir die bestimmt bauen. Ich hab jetzt alles. Ja, mit Stoff und Alkohol. Boah. Vollgeplatzt, ey. Einzig, weil ich nicht hab, ist was zu essen. Egal. Ja, hast du. Einmal Stoff und Alkohol. Alkohol auch noch. Sind jetzt alle meine Feuerfeiler? Nein, nur die 5. 5 Stück. Aber die anderen kannst du auch noch machen. Dann klickst du auf einen normalen, genau. Junge, ich zünd euch. Du hast immer noch normale. Junge, ich mach. Also Pfeile hab ich auch noch genug. Werfen wir ein paar runter. Junge, hier ist jetzt, hier ist jetzt richtig Action. Junge, ich hab 100. Ich hab 100 Pfeile. Junge, jetzt wird umgemauscht. Verbesserst du die eigentlich nicht mit den 10? Dann wird die stärker. Das ist eigentlich jetzt mal ne gute Idee. Die kriegen aber Alkohol direkt. Ich hab Bambi weggemetzelt. Du kannst so oft, äh, äh. Ja, ja. Machen, ne? Ah, komm mal her. Was denn? Komm mal, bitte. Kommt doch nichts an. Ja. Ja. Hoch. Hoch. Ach, ich hab noch Fleisch, ne? Sehr schön. Ich hab noch Steaks. Sehr schön. Links. Danke. Danke, danke. Hallo. Hi. Ich komm nicht mehr hoch. Jetzt nehm ich den ganzen Laden hoch, ey. Steak. Das wird aber heute eigentlich. Neunbringer, kein Geld, oder? Nein, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Jetzt sind auch meine ganzen Tiereinträge und alles wieder weg, ne? Ach, 14 Sticks brauch ich. Fuck. Verdammt. Ja, da müssen wir jetzt die Nacht leider abwarten. Meine Wasserflasche ist auch noch voll. Boah. Boah. Wenn ich jetzt wüsste, welcher, welches... Haus jetzt davon unsere Base war. Unsere Base ist... Weißt du mal, wenn ich hier so rum guck... Da links... Links, links, links. Da, wo die zwei Pfeile sind, ist unsere Base. Zwei Pfeile? Zwei Fahnen? Da sind aber auch drei. Ja, mancher. So, was brauche ich noch für die... Na egal. Das hab ich voll, das hab ich voll. Da hab ich die Teile. Guck nur, dass du da heile raus... Oh, äh, Schatz, 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 renn. Da kommt drei Mutanten auf uns zu. Und die sind ganz nah bei dir. Zwei normale und ein so ein Schweinemensch. Und bitte renne meine Richtung, nicht in die andere. Das ist sonst nicht so gut. So, dann warte ich jetzt, bis die Nacht vorbei ist und dann schnitzel ich hier auch... Vorsicht Mensch! ...alles weg. Ist mir egal, ich lauf. Wenn ich jetzt mal die ganze Soda verballer, ich hab grad schon wieder zu verrecken hier. Oh, du zuck mal vor pain. Au, du zuck mal rein. Warum weißt du eigentlich was nicht getraut war? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Prozent ja also gerade wurde ich auf jeden Fall 3 Medizin und dann gehe ich erst mal in die Base, ehrlich ja wahrscheinlich ich brauch Medizin, ey und dann kommt vor mir ein Krokodil komm ey, gib mir den Wärmeanzug und friere ich nicht mehr ich bin jetzt mal richtig safe in die Base, ich hoffe ich überlebe das jetzt hier ich hätte hier wären Bäume gerade zufällig ne oh ich hab auch vier Medizin noch ok ist für mich auf jeden Fall schwierig Bäume zu fällen ok das wird gleich locker noch witzig hier aus der Höhle wieder rauszukommen ey oh ich bin erstmal safe äh Schatz das sind Waschbären in deiner Hasenfalle äh 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber wird jetzt, glaube ich, wieder hell langsam. Ja. Gut, dann zünde ich mein Feuer nochmal an, dann gibt's nochmal schnell was zu essen, ne Kleinigkeit zu trinken und dann geht's los hier unten. Oh, ich Idiot. Ne, ich glaube, ich gehe damit nicht überm Wasser. Oh, noch 15 Stück. Hä? Die waren noch fast alle voll, das wäre noch fast 35 gewesen. Wo hast du die verbraucht? Da haben wir noch 11. Nimmst du einen Wagen mit? Ja, du auch mal einen, weil dann lass ich sagen, der kann ja nicht leuchten. So, das Baum fällen, geht bei mir jetzt schnell. Ich stelle den Wagen mal hier so mittig hin. So. Rein, nen, 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 nen. Hmm. So, Baumfeld. Oh. Ach komm, den Krieg auch so. Schnauze, komm her. Hey. Hey. Oh, fließt, fließt gleich nicht. Du hast Durst. Ah, die beiden Fettsäcke. So. So, die jetzt als nächstes dran. Wird ja voll verpackt. Ich hab zwei Baumstämme auf, hab aber nur einen. Oh, ich hab ihn fast getroffen. So, meiner ist voll. Nein, 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 nein. Nein. Stirbst du? Ja. Lol. Der hat mich ernsthaft noch gekriegt, ey. Der brennt die ganze Zeit. Ja, ich bin wieder tot. Wartest du nicht heute oder heute am Auto noch irgendwas gesagt wegen zwölf Stunden Stream? No. Alter, jetzt muss ich da wieder runterjumpen. Ich geh kaputt. Wie viel diese Wichser aushalten. Ahaha. Diesmal liegen meine Sachen zumindest so, dass ich da dran komme, ey. Was? Ach so, scheiß. Ah. 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 Hm, jetzt ist die Frage, komme ich da wieder so runter? Dieses auf den Boden stampfen geht mir so auf die Nerven, ne, von den Schweinsmutanten. Bam, drei Schuss, drei Treffer. Ah, fucke dich, doch kann ich wieder machen. Na, schade. Ich habe nicht gesagt, ich brauche dreimal Reefell und ein Seil für diese große Steintasche. Das kann ich mit einem Reefell machen. Steinbeutel. Boah, das ist ein, oh, das ist ein Wildschwein. Was ist denn jetzt so? Oh, oh, Mutant Base, Mutant Base. Ich glaube, wir können nicht die Feuerpfeile ausrüsten. Müssen wahrscheinlich kombinieren. Feuer. Oder so. Ich habe ja Feuerpfeile. Na, guck nach unten. Ja, jetzt bist du da eigentlich fertig. Oh, okay. Wo der? Äh. Der war gerade da. Der war gerade da. Der war gerade da. Nichts. Ja. Der war gerade. grad mega rum ach ich mach gar keinen von live Vorsicht wo rennt er denn in da ist ein Wasser da ist ein Wasser jetzt sehe ich hier unten einfach nix ist er auch weg bei dir ja problem gelöst ah ok geschafft aber nico wär mein baumhaus jetzt in der base nice ich such grad wieder den Weg nach draußen damit ich wieder da runter kann ich brauch aber eigentlich noch Medizin vorher ich hab auch nix mehr ah ok ok der Weg ist gar nicht mal so schwer das Problem ist jetzt komm ich da nicht runter aufgrund vom Medizinmangel ach man ja nicht aufgrund vom Medizinmangel wenn ich da jetzt aber wenn ich da jetzt einfach runter spreng wäre ich tot das heißt ich brauch eine ah hier Medizin und Stöcke die nehm ich auch mal mit damit ich falls mal wieder dunkel wird ah ich kann gar nicht so viele Stöcke tragen weil ich mir einen Base bauen kann ok 20 Stück ne ich kann nur 10 ich hab noch keine kein Köcher oder Köcher oder wie das heißt Stocktasche so jetzt bin ich hier ein bisschen mehr hä ich hab doch zweimal Medizin aufgenommen warten Wichser warum kann ich hier kein Essen mehr drauftun Schatz du musst du erst mal Nein ich bin zu weit gerutscht Wichser oh oh Schatz Schweinsmensch vor der Tür komm ins Baumhaus Schatz Ich muss das sehen Da der rennt in unsere Base rein der macht die Mauer kaputt Wir sind am Arsch. Ja, aber guck mal rechts neben dem Tor die Mauer, da ist der gerade richtig gegen geballert und der steht da noch vor. Es interessiert eher, wo der Schweinemensch ist. Kann man die Sachen auch wieder reparieren? Doch, es gibt ein Repair-Tool, dass du die bauen kannst, ja. Irgendwie aus Stein, Harz und ich weiß nicht, Stöcke oder so. Kannst du das mal nicht bauen? Reparaturwerkzeug. Genau. Zwei Stöcker, ein Stein, zwei Stoff und zehnmal Baumharz. Ich bin auch zwei Stöcker und drei Stoff. ja aber wenn es wieder heile gut durch kann ich dass er irgendwo dran packen hier liegt auch noch dynamit drin im lager und Molotow Cocktail ich kann mir mal ein bisschen mit ihm ziehen wir müssen uns mal irgendwie so erstens das und zweitens irgendwie so gucklöcher irgendwo da so wachtturm ah da hinten ist auch Mutant die maschinieren alle schön rum und Base rum ja der ist hier hinter uns an der Mauer der Schweinemensch toll jetzt gibt es ja auch keine Medizin mehr ich kack ab ey äh wir haben hier Schatz mach das Auto der ist drin wo ist der ich hoffe der kann den Baum nicht kaputt machen ich bin hier im ich bin hier im ich bin hier im tot Nico du bist tot ja guck mal den festgepackt geh mal zur Seite Schatz ich muss jetzt erst einmal zur Base kommen oh verdammt ich muss erst zur Base und mir uns helfen ja zum einen das und zum anderen der macht den Baum kaputt brauche ich mir die äh medic ich sag mal so meine Sachen gehen ja nicht weg hier in der Base ich will meine Sachen gerne haben da ist glatt der Fette der ist glatt der Fette ja ich würde sagen uns fehlt ein bisschen Mauer ja ich würde sagen uns fehlt ein bisschen Mauer das ist mein Reparaturwerkzeug hier hier das hier kann ich noch reparieren einigermaßen du siehst du ne neue Wand ich lauf mal allgemein hier die Wände ab und dann würde ich sagen speichert der Nico erst einmal ja kann ich machen kann gleich einer mit nach unten kommen das wäre mich da mal irgendwie rauskriegen unten dann würde ich am besten sagen Marco oh hell nochmal gucken da müssen wir gucken ob wir irgendwas bauen können was echt mit dem Seil da runter geht ja das Problem ist das musst du von ganz oben bauen das ist das kannst du nicht nach unten bauen schatz wie hast du denn die Wand hier gebaut hier ist so eine kleine Lücke drin weißt du was wir theoretisch machen können damit du nicht deine ganzen Sachen verlierst wir bringen dich einfach in der Base einmal um dann ist ja deine Tasche in der Basis ich nehme einfach ein Speer oder so mit aus der Basis und dann gehst du mit einem neuen da sag ich mal nach da unten ja aber wenn ich dann nochmal sterbe dann sehe ich meine Tasche da nicht mehr oder doch doch du siehst ich habe hier auch vier Todespunkte von mir so lange wie das Game nicht abstürzt oder du nicht offline gehst siehst du deine Todespunkte ich bin ja auch keine Ahnung wie oft gestorben bevor ich meine Tasche wiederholen konnte ja wie gesagt dann hast du halt nicht dieses Risiko alles zu verlieren was in deiner Tasche so ist warte mal dann pack ich hier ein bisschen ähm ja pack die Sachen die wir mitnehmen können raus dann überspringen wir gleich nochmal eben die Nacht und dann hier ist voll hier ist auch voll oh ja hier bei mir ist wieder einer ich bring den mit hier sind wieder mehrere oh ein Mutant ein Mutant dabei ein blauer Moment oder wir überspringen einfach schnell ja ja hab ich der ist drin der ist drin der ist drin ich hole mir eben schnell eine Waffe wow wow ne ich bin auch fast tot oh oh der hat mich gemerkt oh oh mich auch jetzt gleich fuck it oh ich hab's mal ne ganze Medizin grad abgegeben ja 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 so warte ich habe Nico hier ja 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 das die Pfeile gar nicht und hier ist schön kalt und das Lagerfeuer hier vorne ist einfach mal weg ne ja hat er kaputt geschlagen können wir überspringen ja ja lassen wir eben schnell überspringen dann speicher ich schnell Ich mach mir noch mal eben eine Zigarette. Ja, aber der Sprecher voll eben. Soll ich dich erschrecken. Ah. Wenn der Scheißboden da einfach backt, alter. Oh, mir ist kalt. Ja, dreieinhalb Stunden damit verbracht, irgendwie da runter zu kommen, jetzt haben wir einen Weg nach da unten, jetzt muss ich da nur, jetzt muss ich da nur noch rauskommen. Jo, danke. So, dann überspringen wir mal eben, würde ich sagen. Wer fehlt denn? Bei mir ist jetzt zwei von drei. Bei mir auch. Warte, oder? Ich hab... Ne, jetzt. Jetzt muss ich irgendwie sterben. Ja, warte. Ah! 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 Ich krieg keinen Schaden. Ach, wegen meiner Rüstung wahrscheinlich. Ich bin unsterblich. Hau mal mit drauf. Weil Marco sterben muss. Damit er seine Sachen nicht verliert, wenn wir nach da unten gehen. Oh nein! Ah! 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 Meinen. Der erste Rüstung ist scheiß kaputt. st bei Mutanten das ist immer so drei Schläge hey du bist tot hey endlich ihr Pisser lol du hast das Feuer kaputt gemacht Hauptsache das sieht aus als ob mich trotzdem ein Typ aufrisst jetzt muss ich erstmal da hinlaufen jetzt habe ich nicht mal die Axt so warte ich bring dir ein Sperr mit um was zu essen irgendwie zwei drei Medizin vielleicht ja Medizin nehme ich mit da brauche ich zwei und du zwei trinken brauchst du nicht doch wäre auch mal nicht schlecht ich bring dir mal drei davon ich habe gar keine platte zum übergeben soll die Krissi mir das geben ja da muss Krissi einmal mitkommen ja warte sonst muss ich alles wieder abstellen damit Krissi nehmen kann hier du musst einmal mitkommen komm mal kurz in den Versorgerschrank nimm mal zweimal trinken die drei Snacks und vier Medizin mit dann muss ich erst mal wieder zu euch kommen ne ne warte geh direkt zum Dings und oben oben den ok äh geh direkt zur Schlucht weil wir müssen an der Schlucht da in die in die Höhle so müssen wir einmal schnell zur Schlucht äh lol ich bin down das war zu hoch für mich und weiter geht's bis Also muss ich jetzt zu euch kommen oder wohin? Nee, zur Schlucht. So, heute zu der Jungs an der Schlucht, zum Höhleneingang. Oh, wollen wir den eben machen oder? Wer kommt? Was ist los, Dicker? Wann habe ich den Sperr nicht wieder? Ich nehme gerade die ganze Zeit Pfeile auf. Ich will doch den Sperr wieder haben, hallo, hallo. Ist der Sperr jetzt weggebackt? Ja, der ist weg. Und was nicht schlecht wäre, wäre eventuell ein bisschen Stoff und Alkohol. Ja, warum muss Marco geben? Ich brauch zumindest. Nee, Nico kann ich mir doch nicht nehmen. Der hat doch keine Schale. Nimm doch den Speer. Warum hast du denn denn jetzt so leben können? Aber du brauchst doch einen Speer. Trinken, Essen, Alkohol und Medizin. Zwei Medizin brauche ich auch. Da hinten sind wir, drei Stück. Lass uns mal ein Stück hier weg. Die kommen zu uns. Drei Mutanten. Weiter, weiter. Der kommt immer noch. Der kommt immer noch. So, jetzt können wir eben... Wie das aussieht mit so einem Arztkittel. So. Warum kann ich das nicht nehmen? Du hast jetzt alles, Marco? Ich habe jetzt dreimal Medizin, zwei Snacks, zwei Getränke, zwei Stoff, äh... Hast du noch Alkohol? Zwei Medizin brauche ich auch noch, sonst komme ich da nicht runter. Ja. Die kommen immer noch. Die kommen immer noch. Nio Nio, danke So, dann gehts mal auf große Reise Ich glaube nicht, oder? Nee, gerade nicht Dann gehts mal auf große Rettungsmissionen, würde ich sagen Oh oh Was los? Die Mutanten, wo seid ihr denn? Yeah, yeah Ach, da hinten seid ihr schon Irgendeiner von uns muss auf jeden Fall heile oder zumindest lebend da unten ankommen Du musst ja schon einfach trinken So So Wow, war mir leckt Ja, wenn wir auch dann reingehen, ist immer Niemand Oh 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 Ja Ich bin wirklich man muss vorher kurz schwimmen Achtung jetzt noch was zum aufsammeln für mich ich guck mal eben ob da hinten jetzt wieder was liegt oder ob hier hinten immer noch flaut ist wir müssen da am eingang jetzt uns irgendwie runter hier so ich sollte erstmal medizin nehmen jetzt müssen wir da hinter dir ganz nah an der wand soll ich vorgehen ja mach mal das hier immer schön in richtung wand laufen und da musst du hier ganz ganz langsam runter damit du auf den vorsprung kommst das ist richtig kritisch deswegen medizin nehmen und dann kommt der finale sprung dem muss einer von uns beiden überleben sonst ist ärgerlich gut wo müssen wir hinspringen eigentlich hier unten direkt auf den stein ich versuche mal wieder mit tippelschritten damit ich nochmal ein stück näher kommen ja 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 jawoll ohne leben zu verlieren also ich kann dich auf jeden fall aufheben oh nein daneben gesprungen fuck it da unten bist du ok warte ich komm ich hab aber auch kein leben verloren ja ja hier überlebst du auch perfekt hier ist noch leer da hinten liegt meine leiche hier der bereich müsste leer sein kommst du nicht hoch nö die kisten hier brauchst du nicht versuchen die kannst du nicht aufmachen habe ja schon versucht ja ich renne mal eben schnell zu meinen zu meiner tasche so und da drüben haben wir gleich zwei dicke zwei schweine so ich hab meine tasche wieder ich kann dir jetzt auch was geben falls du was brauchst ne ja wir sind noch safe noch wir müssen uns irgendwie hier auf die steine verkriechen und dann eigentlich am besten fernkampf ich hab nichts mehr fernkampf einer ist hier vorne direkt den könnte ich direkt mal warte mal wenn ich sterbe ist dir eigentlich egal ne ja ey meine ganzen erweitern auf meine achse hinweg was ist das denn für ne scheiße die kommt woher kommt hier hoch bruder das geht mir jetzt zu schnell lauf renn 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 einfach rennen und versuchen auszuweichen irgendwie wo müssen wir ihn lang warte die lassen sich töten das schade ich nicht nico ich hab dafür keine klamotten ach fuck sind die noch bei dir? ich seh sie nicht oh ah hier sind noch ein oh 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 scheiß idee ja da hinten sind auch noch welche deswegen versuch zu mir zu kommen versuch zu mir zu kommen versuch zu mir zu kommen hier dürft ihr eigentlich nicht hoch kommen ich seh die dicken grad gar nicht die sind auf der anderen seite von den steinen jetzt bei dir ja der läuft rum der läuft rum versuch erstmal hier hin zu kommen und dann beschieße ich den genau auf den stein und dann hier hoch springen schön so ich beschieße den jetzt ich versuch den zum brennen zu bringen im neuer fall im neuer fall dürft ihr nicht ich muss mal hier so ja ja der ist jetzt hier hinten warte mal ah ich seh ihn wieder hier ich seh beide von hier siehst du beide ja warte oh perfekt nehmen wir erstmal den der steht warte mal boah jetzt geht doch nicht so tief du dummes stück scheiße ja warte ich seh den ich kann ihn wieder anzünden triffst du die auch? ne doch der brennt ich hab ne ich hab ne ich hab ne ich hab ne nix anfangen oh shit warte ich muss eben schnell was essen fuck wir haben gerade kein feuer ne shit zwei stück zwei stück zwei blätter kannst du äh ja ich weiß ich hab nur zwei blätter ja stell mal eben muster ich füll aus den kannst ach so warte mal äh warte mal ich stell das mal hier hin einer ist tot also wir waren noch fünf blätter ja ich komm ich schmeiß was drauf brauchst du auch ne ich bin noch ich hab auch noch nen snack ok sind beide tot? ne einer ist nur ne die leben beide noch fuck ja dann zieh mich nochmal an jetzt ist einer tot komm im notfall kannst du mich ja holen ne? im notfall kann ich dich holen oh scheiße drüber geworfen kein Problem warte ich zu dem hier an der dürfte eigentlich jetzt auch jetzt gleich tot sein ne weil mein Speer da unten liegt ja ja wenn der tot ist kannst du ihn ja holen ist tot dürfte tot sein ja komm ich geh mal runter so ich komm jetzt auch ja beide tot gut dann können wir uns die Rüstung schnappen ich brauch meine Pfeile wieder alter ich hab keine Pfeile mehr ja und Speer lag hier hinten irgendwo beide jetzt kann ich dir bei dem wieder mit einem da ist auch auf jeden Fall noch ein blauer Mutant ich hab nicht mehr so viele Pfeile ich hab nur zwei aber ich kann dir keine geben so was gegessen habe ich schnell mal ne Kleinigkeit trinken boah ich hab vier Rüstung geil ich hab zwei einmal eins viele Pfeile hab ich ach ich hab nur 16 Pfeile warte ich mach mal eben Brandpfeile ach ich hab keinen Alkohol mehr ne ich auch nicht egal muss so gehen wollen wir die Nacht abwarten oder wollen wir weiter ne das weiter ok warte ich komm wir müssen uns halt bei den Mutanten hier haben wir den Vorteil wir können uns immer irgendwelche Plätze suchen wo die nicht dran kommen wir müssen nur die Plätze immer finden oh ich sehe fast nichts ich komm hier nicht hoch Schatz alles gut ja was machst du am Handy dein Minister ja wir spielen mal weiter spielen ja ich hab einen Zellen da also dort damit ihr Zellen haben könnt ich bin toll ich glaub der hat uns gesehen ja der kommt kommst du an den Rand so warte der muss noch mal näher kommen glaube ich komm du Trottel weil ich will den eigentlich nicht meine Pfeile verschießen den würde ich eigentlich gerne für den Mutantenball weißt du ja warte ansonsten wow 2 facket schnapp dir den von hinten ich kann blocken facket joh sh stück weiß ich von denen und sie müsste irgendwo auch noch mutant sein also ein bisschen müssen wir ein bisschen vorsichtig gerade laufen hier ist der heli was schönes machete weiß hier liegt ihr an der tür kombinieren speed und der mensch hat die noch du kannst sie kombinieren so wie immer gesundheit jetzt geht los so warte ich komm da vorne stehen zwei die kommen beide zu hinter uns gesprungen ich den massakriert habe der andere ist hier am heli hängt er schön hier lag noch ein zahn ok weiter geht's ich frage mich gerade wo der andere mutant ist ich glaube da hinten hier ja wollte ich gerade sagen hier kommen wir gehen hier raus ich nehme meine sachen noch mit die da so drin waren naja ja ja wir haben meine sachen wieder und wir sind gerade auf dem weg aus der höhle ja hier ist ein weg hier war ja eine tür aber in der wirtschaft von gestorben das heißt wir sind jetzt in der höhle warte mal kurz wir haben mal kurz auf karte gucken uah vorsicht schlucht jo ja wenn wir einen ausgang haben boah guck mal nach rechts da runter naja ich hab schon weiter richtig stoff ein hinweis kimi spätzeugt ein bein oh geil dann fehlt mir jetzt nur noch ein arm dann habe ich den fertig da geht da ja ich kann sagen seil gehen wir da mal runter ja wir müssen aufpassen falls da unten was ist weil hier haben wir ja noch nichts hier unten ist nur wasser wow direkt mal reingefallen ja ich seh nix ja warte ich schwimmen mit dir vor denen ist ja ja auch ich vor denen ist nur poly der wiaterschö nicht es ist του 衣 und 오